Hallo und herzlich willkommen am Tele-Stammtisch. Gibt es noch Hoffnung für J.D., Patrick und Amazon? Oder bestand nie viel Hoffnung, konnten nur Narren hoffen? Dem widmen wir uns heute in diesem Staffel-Recap zur zweiten Staffel von Der Herr der Ringe, Die Ringe der Macht. Und ja, nach acht Besprechungen ist er nun wieder hier mit am Start. Also nicht nur ich, moin, ich bin der Dom, sondern auch the one and only, der Pfälzer unter den Haarfüßen, moinsen Sven. Hallo. Ich wollte dich wieder als Wächter der Pfalz ankündigen, aber ich glaube, das habe ich bei House of the Dragon gemacht. Weiß ich auch nicht mehr genau. Naja. Aber anders als bei den bisherigen Besprechungen, wo ja dann womöglich noch Lasse mit bei gewesen wäre, haben wir erneut einen Special Guest, den ich ja groß angekündigt habe. Und ich freue mich auch wirklich sehr, dass es zeitlich funktioniert hat, wenn auch zu einem früheren Zeitpunkt als geplant. Aber wer schon vor zwei Jahren hier war, wird wissen, wer sich hier nun wieder die Ehre gibt. Aber machen wir es kurz. Der Maurice vom YouTube-Kanal Mythen aus Westernes ist wieder hier. Hi. Hallo. Danke für die Einladung. Ja, gerne. Also wir hatten ja, glaube ich, so mal Kontakt schon über Discord, aber ich glaube, dann habe ich dich nach zwei Jahren einfach wieder angeschrieben. Kann das sein? Ja, ja, ich glaube schon. Ich war ja zwischendurch auf eurem Discord jetzt auch ein bisschen aktiver wieder. Bringe mich da vielleicht jetzt auch gerne mal so mit ein. Also ich finde es echt ganz, ganz fluffig bei euch. Ja, ihr seid ja mittlerweile doch jetzt ein ziemlich großer Kanal geworden, ne? Ja, ich weiß gar nicht mehr, wie groß wir waren bei der ersten Staffel. Jetzt sind wir mittlerweile auch schon da weiter her. Aber ja, jetzt krassen wir an den 100.000. Oh ja, habe ich gesehen. Ja, alles, alles dank Holy, garantiert. Wir hatten es aber, das hatte ich jetzt gerade im Vorgespräch festgestellt und auch als ich nochmal in unsere Besprechung, die ja wirklich zwei Jahre her ist, reingehört habe. Ich habe es letzte Mal, Schande über mein Haupt, wirklich versäumt, dass du dich, also nicht nur, dass du dich in Hinblick auf Mythen aus Westernes vorstellen kannst, sondern auch in Hinblick auf Tolkien. Also wie du dazu gekommen bist, wie du dazu stehst, jetzt vielleicht nicht so, aber eher, was so dein Lebensweg dahin war. Und würde dich bitten, das jetzt mal so, ja, also jetzt relativ kompakt, wie es geht, nachzureichen. Ja, gerne. Das ist halt auch schon eine ganze Zeit her. Also ich weiß, dass ich mit den Büchern angefangen habe. Also ich habe, keine Ahnung, mit zehn oder so, habe ich angefangen, die Bücher zu lesen, also Herr der Ringe und Hobbit und so. Und habe dann relativ spät erst, so mit 14, glaube ich, dann die Herr der Ringe Filme geschaut. Und ja, war halt Komet eingefangen von der Welt. Und dann kamen halt die ganzen tieferen Bücher dann dazu, also das Zimmer im Rihon. Und später dann auch die ganzen anderen Bücher. Mittlerweile habe ich ein ganzes Regal von Tolkien und seinen Werken. Genau, genau. Alle durchgelesen. Ja, nice. Wann ging es dann los mit eurem Kanal nochmal ungefähr? Boah, muss kurz überlegen. Ich glaube, der Kanal ist mittlerweile oder wird jetzt bald fünf Jahre alt. Genau. Genau, wir hatten uns dann mit ich, meinem Bruder und auch ein Kumpel. Wir hatten dann, beziehungsweise ein Kumpel von uns hat dann mit einem anderen den Kanal gegründet. Und dann bin ich später hinzugekommen, dann mit meinem Bruder noch. Und jetzt sind wir mittlerweile zu dritt, der in die Philipp und ich. Und genau, so hat sich das dann ergeben. Ja, ihr seid ja mittlerweile also, ja gut, jetzt die Videoanalysen habe ich mir tatsächlich auch sehr gerne angesehen. Allerdings auch ein paar ältere Videos hatte ich dir, glaube ich, geschrieben. Und du nur eher so, das ist schon ziemlich lange her. Ja, ja, ja. Also unsere Videos haben sich ja auch dann im Laufe der Jahre gut verändert. Mhm. Und ja, also die Älteren sind natürlich schon. Und wir haben auch schon angefangen, ein paar Ältere neu zu machen. Genau. Geremaked sozusagen. Genau, genau. Ja. Ja, wer weiß, vielleicht gibt es ja irgendwann mal ein Remake von dieser Serie hier. Es würde mich zumindest interessieren, wie andere das machen würden. Ja, das stimmt. Sven, kommen wir mal zu dir. Du warst ja bei zumindest, doch, du warst beim Precast dabei und bei zwei Besprechungen. Die zu sieben und acht waren jetzt allerdings mit Lasse, beziehungsweise die achte wird mit Lasse sein, weil wir nehmen das ja hier im Vorhinein auf, bevor die achte Folge kommt. Äh, deshalb, äh, schon mal als Disclaimer, äh, an euch da draußen. Wenn wir von der achten Folge das inhaltlich nicht mehr ganz so hintereinander kriegen, dann liegt es daran, dass Sven und ich zumindest die vor über einem Monat gesehen haben und da nicht mehr so viel von präsent ist, äh, in unseren Köpfen. Aber wir werden uns trotzdem Mühe geben, äh, Maurice hat uns ja gerade dankenswerterweise ein kurzes inhaltliches Update gegeben. Sven, Folge sieben und acht hast du ja auch vorab gesehen und Folge sieben jetzt nochmal regulär auf Amazon. Wie waren denn deine Gedanken so dazu bisher? Bisher zu Folge sieben? Mhm. Oder meinst du kommst? Ja, dann wahrscheinlich eher zu Folge sieben. Ja, Folge sieben war tatsächlich, als ich die vorab gesehen hab, war ich schon ein bisschen enttäuscht. Weil ich halt eine Schlacht erwartet hab und kein Sandkasten, Sandwerken, also es waren mir zu wenig von allem, aber ich muss sagen, ich hab sie vorhin jetzt erst geschaut, also heute Morgen und ich wurde etwas besänftigt. Es waren dann doch mehr Orks, als ich in unserer, in unseren Screenern gesehen hab und es waren wirklich mehr. Es gab da schon so ein paar, ein, zwei Aufnahmen, wo du im Screener gesehen hast, da waren es irgendwie nur fünf, sechs Orks, die da, die da irgendwie gestürmt sind. Jetzt waren es mehr. Mhm. Aber, ja, also ich, also mein, mein nach Ork Blut triefendes Herz wurde nicht wirklich befriedigt, sagen wir es mal so. Ich hatte mir deutlich mehr erwartet, aber ich fand sie nicht mehr so schlecht wie beim ersten Mal. Ähm, Maurice, ihr habt ja, ich glaube ja sogar über uns die Screener auch, also ihr seid ja auch in den Genuss gekommen und konnte dadurch ja auch gut bei euch vorproduzieren. Ja, genau. Wie waren denn so deine Eindrücke davon oder kannst du das jetzt bestätigen, was Sven sagt, dass sie da in der Post-Production eventuell nochmal daran rumgeschraubt haben könnten? Also weil mir persönlich fiel nichts auf, aber wir hatten ja gerade bei Folge sieben und acht ja ein Disclaimer, was visuelle Effekte anging, ne? Ja, genau. Also da waren noch ein paar Work-in-Progress-Shots dabei auf jeden Fall. Mir ist jetzt auch nicht aufgefallen, dass da jetzt mehr Orks da gewesen sind in der offiziellen Folge. Wir hatten natürlich auch etliche Watermarks und sowas auf die Vorabspielern drauf. Also genau, aber so gerade bei den, äh, bei den großen Shorts, wo man so die Armeen gesehen hat, ich glaube, da waren nicht unbedingt mehr Orks dabei. Ja, das war jetzt auch nicht so unbedingt mein Eindruck, aber es ist halt auch schon eine Weile her, dass wir es gesehen haben. Aber ich habe jetzt auch schon, also zum Beispiel bei House of the Dragon hatten wir auch eine Folge bei den Screenern. Und, äh, da stand auch groß, ja, Effekte unfertig und ich habe mich dann nach der Folge gefragt und dann auch später nochmal bei der finalen Version, was da jetzt genau gewesen ist. Also das sind gerne mal wirklich so ganz kleine Feinheiten, die das wirklich eher ungeübte Auge übersehen kann. Aber, äh, so generell das Gefühl von Masse, das Gefühl von Größe war ja auch schon Thema in der ersten Staffel. Kommen wir nochmal kurz zu der, Maurice, ich meine, äh, klar, deine Meinung zur ersten Staffel ist ja auch in dem Podcast von vor zwei Jahren zu hören. Äh, und ich weiß noch, als ich dich angeschrieben hatte, also wir haben ja doch einiges über Discord hin und her geschrieben und ich hatte dich dann so lakonisch gefragt, ja, machst du eigentlich ein Rewatch von der ersten Staffel? Wo bei dir dann so kam, das tue ich mir nicht nochmal an. Nee, ich hatte, glaube ich, mal so ein paar Monate, nachdem die erste Staffel rausgekommen ist, ein Rewatch probiert und fand es aber wirklich streckenweise wirklich langweilig und seitdem habe ich es halt auch nicht nochmal geschaut. Und ich muss aber sagen, jetzt gerade, wo wir gerade mal bei der Schlacht waren, was so das ganze Scaling angeht und die ganze Größe, ist es in Staffel zwei auf jeden Fall deutlich besser geworden als in Staffel eins. Also, wenn man mal die Schlacht jetzt vergleicht mit der Schlacht, die wir in Staffel eins bekommen haben. Ja, das schon. Ist noch um einiges größer und auch generell. Also auch in den, äh, anderen Shots, wenn da, wenn es da mal um den DNO geht oder sowas, da sieht man auch deutlich mehr, welche Statisten im Hintergrund stehen und gehen. Natürlich noch nicht auf dem Level, auf dem man es sich wünschen würde, aber auf jeden Fall zumindest mehr als in Staffel eins. Ja, es ist natürlich auch ein anderes Szenario als in Staffel eins. Es ist ja jetzt wirklich hier eine Belagerung und es sind natürlich auch mehr Orks, wo auch immer die hergekommen sind. Ja, also ich, ich habe mit der Schlacht wirklich große Probleme, aber ich glaube, da kommen wir auch später zu. Ähm, also was ich jetzt schon so rausgehört habe, dass, also, dass ihr, ähm, auch, äh, Philipp und, äh, äh, Danny, glaube ich, ne? Danny ist sein Bruder. Mhm. Äh, der lustigerweise exakt genauso klingt und ich habe mich immer gewundert, warum stehst du nur bei Skript und nie bei Sprecher? Aber das nur am Rande. Was waren denn jetzt nochmal, also könntest du das nochmal so kompakt halten, äh, wie waren so deine Erwartungen und Hoffnungen an die zweite Staffel? Ähm, ich würde sagen, nicht vorhanden, bis die Trailer kamen, würde ich sagen. Also, ich hatte hohe Erwartungen an Staffel eins gehabt, nach Staffel eins hatte ich dann eigentlich gar keine Erwartungen an Staffel zwei. Mhm. Und wurde am Ende tatsächlich sehr positiv überrascht von Staffel zwei dadurch, dass ich keine Erwartungen hatte. Ich habe mich am Ende halt sehr gefreut, dass es meiner Meinung nach in allen Bereichen besser geworden ist. Also, es ist größer geworden, die Dialoge ergeben häufiger Sinn, die Effekte sind immer noch gleich gut oder die ganzen V-Effekts, CGI ist alles noch komplett next level, top notch, alles wie in Staffel eins, aber auch schon. Also, es ist gleich gut geblieben, meiner Meinung nach. Genau, und, ja, ich finde auch vom Soundtrack her und von der Musik her ist es ähnlich gut, wenn nicht sogar besser geworden. Ja, da habe ich meine Probleme mit, aber, also, das fiel mir auch nochmal auf, als ich den Rewatch gemacht habe von der ersten Staffel. Also, für mich ist diese ganze Serie wahnsinnig overscored. Also, es gibt wirklich nahezu keine Szene, oder du kannst sie allerhöchstens an einer Hand abziehen, wo mal wirklich gar keine Musik ist. Und, da war da an einer Stelle, dachte ich mir, oh, wo bleibt denn die Musik? Und prompt kommt sie. Also, das ist, ach. Ja, da gehe ich mit. Da gehe ich mit. Ich finde auch, da habe ich auch eine ganz gute Szene vor Augen, und zwar, als der Troll Dammroth da angreift und Arondir ihn geschießt. Und dann wirft er seinen Schreithammer nach Arondir und man sieht, die Arondir sich für zwei, die nur noch so wegdruckt. In diesen zwei Sekunden kommt er das Arondir-Theme. Das ist zwischendrin einfach, und dann später kommt der Garten mit seinen paar Rittern da an und die bringen den Häuschenfall. Und dann steigt er ab und redet mit Elrond und er ist so Battle-Theme, dann redet er mit Elrond, der zeigt ihm dann wieder das Elrond-Theme. Und das ist einfach so durcheinander und praktisch wie eigentlich, als würde irgendjemand einfach nur die ganzen Themes mit Knöpfen so vor sich haben. Und sobald ein Charakter kommt, dann drückt er auf sein Theme und sobald der nächste im Vordergrund steht, drückt er auf den Nippen, genau. So geht das halt echt an. Also, so Ratz-Reaktions-Schema, ne? Genau, genau, genau. Und ja, wie du schon gemeint hast, es gibt ja basically keine Szene, in der man wirklich keine Musik gibt und so, die halt einfach nur für sich da ist. Und das ist halt echt super schade, ja. Weil, keine Ahnung, also die Musik, ich finde die echt passend, die ist sehr gut gemacht, aber wie du schon meintest, der Overscout, das ist so das größte Problem daran. Ich hatte es ja schon erwähnt, wir kamen ja alle drei mehr oder weniger am Anfang schon, also wirklich so zwei oder drei Wochen oder nee, nee, Quatsch, nee, die Screener kam relativ spät, aber dann bekamen wir wirklich alles auf einmal, also alle acht Episoden. Und ich weiß noch, ich glaube, ich hatte dich dann auch angeschrieben, nachdem ich die erste gesehen habe, ich glaube, ich habe sowas geschrieben wie, das war schon echt gut, vergesst einfach Staffel 1. Also, um jetzt hier auch mal ein bisschen positiver das Ganze zu konnotieren, Sven, bei dir war es ja, glaube ich, auch so, dass du am Anfang relativ angetan warst noch, ne? Ja, ich finde schon, dass sie ordentlich dazugelernt haben und sich ordentlich, also, ja, und sich schon der Kritik bedient haben, aber ich hatte so echt so ein bisschen Probleme mit den letzten zwei Folgen. Sonst finde ich, sie haben es, ja, sie haben schön viel, also sie haben einige Statisten dazu mehr gemacht, die Gebiete, die wir besuchen, sind belebter, die Musik hat mich jetzt eigentlich gar nicht so arg gestört, muss ich tatsächlich zugeben, also das fand ich okay. Die Kussszene war furchtbar, es tut mir leid. Ja, okay, gut, die Kussszene hätten sie sich sparen, sie hätten sich einiges sparen können, aber die Kussszene gehört definitiv dazu. Also, also die, die Kussszene ist von der Inszenierung her, also ich, ich habe es mir nochmal angesehen, beim ersten Mal habe ich, habe ich komplett die Hände über den Kopf zusammengeschlagen, jetzt habe ich den Eindruck, dass die Musik förmlich gegen den Kontext der Szene arbeitet, weil die Musik ist halt wirklich pure Romantik. Welche Kussszene weint ihr denn jetzt eigentlich von den drei? Die zwischen Galadriel und Elrond. Achso, ja, ja, die war schlimm. Hast du schon verdrängt? Ne, es gab ja nur mehrere, also, es gab ja mehrere Kusszene. Ja, stimmt, stimmt, ja, ach ja, die über den Hobbits gab es auch noch und, und welche, welche noch? Ja, und die noch von Isildur und Estrid, die gab es auch noch. Oh Gott, oh ja, okay, ja, gut, die, die besten Sachen verdrängt man zuerst. Maurice, wie, wie war es denn bei dir mit dem ersten Eindruck als, also ihr habt die Screener, glaube ich, relativ schnell weggebinged, aber nach der ersten Folge hattest du mir, glaube ich, auch geschrieben, meine ich. Das kann sein, ich weiß nur, dass ich die innerhalb von, ich glaube so, zehn, zwölf Stunden habe ich die alle acht vorhin gesagt. Das erklärt einiges. Ja, also ich, ich muss sagen, also gerade der Product, der hat es mir schon sehr angetan, also man, man wusste natürlich, äh, von Staffel 1 schon, dass man jetzt keine perfekte Adaption erwarten durfte und jetzt auch kein Dune-Level-Fantasy, aber von dem, was man jetzt erwartet hat, fand ich, das war schon ziemlich cool gemacht. Und, und auch generell, Fantech hat sich die, oder war in Staffel 1 auch schon, aber Amazon macht viele, viele Experimente, die auch am Ende klappen, also gerade was so Gewalt angeht und sowas, da sind die nicht nur einfach, ja, und, und, und er steckt jetzt sein Schwert in den Körper des Orks, sein Stück der Ork, und sowas sind da schon sehr kreativ auch, das finde ich ziemlich cool. Ähm, das halt ab dem Prolog auch schon. Und ja, ich finde generell hat sich, äh, Staffel 2 einfach in allen Bereichen verbessert, hab ich ja schon gesagt. Genau, genau. Ja, also da, äh, kann ich, äh, mich dir auf jeden Fall anschließen. Bei den ersten 20 Minuten war ich sogar wirklich, ja, fast ein bisschen euphorisch, weil ich, äh, kann ja nochmal sagen, also, äh, auch wenn ich es schon im Precast, äh, ausgeführt hatte, da kann man auch sehr gerne reinhören, obwohl es eigentlich witzlos war, wenn man jetzt hier hört, egal. Meine Hoffnung war, äh, dass, äh, diese Regisseurin Charlotte Brandström, die ja, äh, somit noch das Beste geliefert hatte bei Staffel 1, dass die jetzt hier mehr kreative Kontrolle kriegt. Also nicht nur, dass sie mehr Folgen inszeniert, sondern dass die auch Produzentin des Ganzen ist und dass dadurch dann die beiden Showrunner, ja, so unter der Hand vielleicht auch ein bisschen entmachtet worden sein könnten. Und, äh, gerade am Anfang schien mir das so, also da schien auch mir eine ganz andere Tonalität irgendwie drin zu sein und auch vom, so von der bildlichen Gestaltung, vor allem vom Color Grading her, wirkte das Ganze deutlich, äh, finsterer als die erste Staffel, was sie ja auch durchaus versprochen hatten. Äh, äh, im Verlauf ist für mich allerdings dann das Problem gewesen, dass sie, naja, die verwechseln aus meiner Sicht manchmal so ein bisschen die Stimmung mit, äh, mit dem Color Grading, sprich dem Schwarzwert. Ich hatte da teilweise echt Schwierigkeiten, sei es bei der Folge oder aber auch bei der dritten mit Isildur in der, äh, Baby-Kankra-Höhle. Da ist mir das wirklich richtig negativ aufgefallen mit, mit Dunkelheit. Sven, ich weiß nicht, war es bei dir auch so oder zumindest teilweise? Ja, das hatte für mich auch nichts mehr mit Stimmung zu tun, sondern eher mit, wir machen mal das Licht aus. Mhm. Also, da war es wirklich zu dunkel. Und ich habe es mir auch nochmal angeguckt, weil ich gedacht habe, naja, vielleicht ist es irgendwie einstellungsmäßig, vielleicht noch was rauszuholen, aber nein, das ist einfach wirklich, das ist einfach zu dunkel. Mhm. Du siehst da teilweise nichts mehr und das ist, das ist schade, weil es, ja, weil es auch von der Atmosphäre her so ein bisschen, bisschen was wegzieht. Also zu dunkel ist halt auch nichts. Definitiv. Ja, äh, wobei man natürlich sagen muss, insgesamt haben sie schon auch an der bildlichen Gestaltung, äh, der Serie geschraubt. Also in der ersten Staffel wirkte ja vieles doch sehr künstlich und nach Set und Kostüm, da sind sie jetzt schon drüber gegangen. Also da, da würde ich mich auch im Großen und Ganzen anschließen. Um das hier aber nochmal ein bisschen, ein bisschen weiter auszudifferenzieren, äh, fangen wir doch mal an, was so unsere persönlichen Highlights beziehungsweise Lowlights waren. Maurice, hau mal raus, was, was ist für dich so, dass der absolute Höhepunkt oder das mit Abstand Beste an der Staffel und natürlich auch die absolute Untiefe? Also, der beste Moment von der Staffel, fand ich, war der Reveal von Annatar. Ich fand, den hat man wirklich extrem gut, extrem gut hingekriegt. Und genau danach die ganze Plotline mit Annatar, die war dann auch meine Lieblingsplotline. Ja, doch am meisten Sinn ergeben, fand ich. Und genau, das war so mein Highlight. Ähm, natürlich die ganzen Beauty-Shots, äh, die ganzen coolen Kamerafahrten, die würde ich jetzt auch mit einfach mal nennen. Ähm, aber ja, mein absolutes Highlight war wirklich, äh, Annatar. Genau. Und, ja, mein Lowlight, da gibt's jetzt einige, ähm, was, ja, was hat mich am meisten gestört? Also, der Scale ist halt immer noch ziemlich mickrig, leider. Also, es ist natürlich schon besser geworden, größer geworden. Wir hatten bei uns intern auch schon so ein bisschen Witze gemacht, dass, wenn das jetzt so weitergeht mit den Verbesserungen, wir eine richtig geile fünfte Staffel irgendwann kriegen. Ähm, aber mal gucken. Sehr gut. Wir hatten nicht wirklich was gemacht, fand ich. Also, das fand ich war wirklich einfach nur langweilig. Ja gut, du hast zumindest versucht, ein Gleichgewicht zwischen Highlights und Lowlights herzustellen. Ähm, Sven, wie sieht's da bei dir aus? Ach, meine Highlights waren die Zwerge. Die Zwerge habe ich echt gefeiert, haben mir super viel Spaß gemacht. Ja, ach Gott, die Haarfüße fand ich jetzt auch nicht so dramatisch schlecht. Ich fand's interessant. Ja, okay, ein paar Sachen hätte man vielleicht ein bisschen quitzen können. Die Lowlights waren, ja, immer noch die Frage nach, wer ist der fremde Zauberer? Das ging mir irgendwann auch auf den Sack. Mhm. Also, noch mehr Hinweise könnt ihr den Leuten gar nicht vor den Latz knallen. Mhm. Was hat mir noch, ja, die Schlacht, ich hatte mich tatsächlich wirklich auf die Schlacht gefreut. Und auch auf Ramrod, der dann ordentlich mal reinholzt, aber dann halt auch nicht so wirklich viel zu tun kriegt. Ah, halt, nee, als Highlight auch noch die Orks. Die Orks gehen mir richtig gut. Die haben sie richtig gut hingekriegt. Anata, äh, Anata, ja, Anata auch. Anata hat mir auch sehr gut gefallen, so die Beziehung zwischen ihm und Caleb Rimboer. Also, ah, was war noch? Also, Lowlights, ja, mich haben jetzt, ja, Theo zum Beispiel, Theo kann raus. Ach, und ihr kann raus. Das ist, das ist was, das hat überhaupt keine großartige Bedeutung mehr und hat mich auch nicht mehr gejuckt. Mir hat's halt gut gefallen, dass sie sich eher auf einzelne Erzählstränge mal richtig konzentriert haben, anstatt dich da mit irgendwelchem Nonsens da teilweise noch zuzuballern. Das fand ich auch wirklich gut. Mir fällt bestimmt noch was ein, aber im Moment bin ich, glaube ich, ja, das war's. Okay, dann packe ich noch meine zwei Cent dazu. Ja, Highlights, ja, es hatte natürlich so manche Momente, manche Dialoge bei den Zwergen. Aber wenn ich jetzt so konkrete Szenen nennen müsste, dann wäre es, und für die breche ich nach wie vor eine Stange, ich mochte diese Gesangseinlage von Benjamin Walker als Gil-Galat in der allerersten Folge. Also in, in der, äh, Folge 1, Staffel 2. Äh, da kam für mich zum ersten Mal wirklich, ja, gewisses Tolkien-Flair auf. Äh, also da, da schwingt auch ein bisschen Melancholie mit, äh, auch wenn das irgendwie alles sehr aufgesetzt wirkt, im Hinblick auf, oh, wir müssen, wir müssen jetzt nach Valinor, weil wir unsere Akkus nicht aufladen können, unsere Mithril-Akkus, was weiß ich. Aber für sich genommen mochte ich diese Szene. Das, das Ding ist, der Kollege Lasse, der redet ständig davon, dass ihn die Serie verzaubern würde und ich kann das überhaupt nicht nachvollziehen an vielen, vielen, vielen Stellen. Aber da war ich zum ersten Mal so, ha, und das war auch die Folge, ähm, also zusammen mit dem, mit den 20 Minuten Prolog und dem, das hat das für mich echt dann so ein bisschen überstrahlt, weil ich fand die erste Folge beim ersten Mal wirklich schon wirklich richtig, richtig gut. Und, ha, muss aber leider sagen, dass, äh, nahezu jeder Folge a, der Rewatch nicht gut getan hat bei mir und b, ich habe etwas bei dieser Serie erlebt, also ich meine, ich mache jetzt wirklich schon seit einigen Jahren diese Art von, äh, Serien besprechen, Recap, was auch immer. Bei der Staffel war es jetzt bisher wirklich so, ähm, im Schnitt, also selbst im Schnitt sind mir immer wieder neue Sachen aufgefallen, die keinen Sinn ergaben, die schlecht geschrieben waren, die, die einfach nicht erklärt wurden oder völlig aus der Luft gegriffen waren. Also, äh, teilweise sind die Plotlöcher für mich in dieser Staffel wirklich schwarze Löcher, die sich wirklich so auftun und immer mehr ansaugen von, von dem, was noch irgendwie so als Fundament da ist. Aber, äh, ja, wenn es für mich ein Lowlight gibt, also, äh, ich muss zwar natürlich Folge acht dann jetzt nochmal sehen, aber ich glaube wirklich, Folge sieben ist für mich auch echt so der Peak gewesen, was, was die gesamte Serie angeht. Also, das ist für mich eventuell mit die schlechteste Episode der gesamten Serie bis dato, weil, äh, während anderes, äh, vorher für mich einfach nur, weiß ich nicht, teilweise hart belanglos, langweilig oder, oder einfach zäh war, war jetzt die siebte Folge die, wo ich das Gefühl hatte, die Macher wollen mich wirklich vorsätzlich verarschen. Also, Stichwort, äh, Reiterei-Szene, Stichwort, äh, die, die Zwerge müssen bleiben, weil Papa im Hintergrund Theater macht, äh, und so weiter und so fort. Und die Schlacht selber hat mich leider auch wirklich gar nicht überzeugt, aber das kann man sich auch in der sehr ausführlichen Besprechung mit dem Kollegen Lasse anhören. Aber ja, das, das ist für mich so das Lowlight und mittlerweile auch so fast der Gamebreaker, dass ich überlege, ob ich die dritte Staffel nächste, also, äh, dann wahrscheinlich voraussichtlich in zwei Jahren, ob ich die noch wirklich weitergucken werde. Ja, aber ja, da ist natürlich jetzt erstmal eine Pause, aber, also, die Folge war der endgültige Anstoß, wie ich mir überlegt habe, ähm, kann ich mir da eigentlich noch genug rausziehen, beziehungsweise ist mir der Aufwand auch zu groß, äh, das alles in der Ausführlichkeit zu besprechen und muss man das vielleicht bei der Serie überhaupt? Wobei mir die, also, ja, die Schlacht, ich verstehe auch nicht, wie man sowas so in den Sand setzen kann, also, das, das, also sowas, da fehlt, da fehlt die, 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 die Power, die Inbrunst, da fehlt wirklich alles. Ich fand die echt auch ziemlich mies. Was mir jedoch immer gut gefallen hat, sind so diese, diese Zwischenschots, wenn Anata oder auch, äh, Kelly Brimbo dann so an den Zinn vorbeigeht und hinten dran die Katapulte, dann die, die Sachen durch die Gegend schießen. Das wiederum haben sie echt gut hingekriegt, aber dann geht die Kamera auf die anstürmenden Orks und du denkst nur, ach, komm ey, blas mir einen Schuh auf, das ist ja total langweilig. Also, da habe ich echt auch gedacht, da fehlt, da fehlt Kraft, die Kraft der Bilder versagt. Also, ich muss tatsächlich sagen, ich finde Folge 7 ist für mich eine der besten Folgen tatsächlich. Oh, jetzt, jetzt haben wir Montag. Also, ich, ich verstehe halt komplett eure Kritik daran, dass die Schlacht halt sehr mau wirkt und halt einfach viel zu klein ist. Also, mal so als Referenz in den Büchern hat der Sauron 90 Jahre lang seine Armee erst mobilisiert, bevor er angegriffen hat. Das hätte man, man hätte es gar nicht groß genug machen können eigentlich und nicht genug übertreiben können mit der Heeresgröße der Orks. Aber ich fand die Schlacht trotzdem nicht wirklich, also nicht, nicht komplett schlecht. Ich fand die schon in Ordnung, ich fand, ich finde, es gibt schlechtere Schlachten in Fantasy und so alles drumherum. Auch gerade so der ganze Celebrimburg-Kram und sowas, der da ja dann auch zum Ende kommt, hat mir schon sehr, sehr gut gefallen eigentlich. Also, da hatte ich ja auch echt an vielen Stellen Gänsehaut und. Also, ich wüsste tatsächlich auch nur zwei Highlights aus der gesamten Schlacht, die mir persönlich gut gefallen haben. Das ist einmal, wenn die eine Elbin mit ihren Pfeilen das Ding in die Luft jagt. Das war geil gemacht. Das fand ich auch richtig gut, weil das war auch kein CGI, das hast du auch gesehen. Ja, es hat einen nur emotional halt komplett kalt gelassen, ne? Also, mich zumindest. Aber also schön mit Stuntmännern, die sich dann im Feuer, die durchs Feuer fliegen und so, das fand ich wirklich gut. Und die andere Szene ist. Ein Damrohr. Die fand ich ziemlich witzig. Nein. Okay. Den haben sie, ja. Nee, nee, es war, als Elronds Pferd gekillt wird und er dann den Ork killt und den dann an den Katapult nagelt und den Katapult abschießt. Ach so. Die waren klatscht. Ja, ja. Mega. Aber ansonsten waren da keine, also für mich wirklich keine Highlights. Ich habe mir das angeguckt und dachte, okay. Hm. Ja, also bei mir wäre es noch mit einigen Abstrichen, aber das ist in erster Linie auch dem ganzen PR-Gesabbel, um Damrod zuzuschreiben. Also das wurde ja, ich weiß nicht, ob ihr das so mitbekommen habt, Maurice, der wurde ja, wer weiß wie, aufgeblasen vom Marketing, ne? Also eigener Song, Making-of zum Song, äh, mehrere Interviews und so weiter. Ach ja, der, der hat noch eine Backstory und eine Rechnung mit Sauron offen und dann, dann sagt er einen einzigen Satz in der anderen Folge und hier drei Minuten Screentime, die zugegebenermaßen für sich genommen nicht schlecht sind. Aber ich war da einfach echt schon ziemlich unterwältigt. Okay, also das ging noch, also was für mich wirklich, also die, es, es tut mir leid, aber die, die Szene mit der Elbenkavalerie. Die ist für mich wirklich, das ist eine blanke Frechheit, wie die das da aufbauen, groß mit, mit epischer Musik und du denkst dir, jetzt geht's endlich los. Und dann ziehen die diesen Quatsch mit Galadriel, die da irgendwie im Käfig ist, sich raus, was vor allem auch total vorhersehbar war von der letzten Folge. Und dann, dann findet das einfach nicht statt und wie das dann, also das ist wirklich, das ist so, ich hab mich so betrogen gefühlt einfach, also wirklich handfest verarscht. Und da komm ich auch nicht drüber hinweg, tut mir leid, also das war wirklich, das war für mich der absolute Bruch. Und der Rest mit der Schlacht, ja, wirkt halt auch so ein bisschen kopflos. Das ist irgendwie alles so klein klein, warum kämpfen die Elben plötzlich auf Pferden im Wald? Und das zerfasert alles so und ein US-Kritiker hat das auf den Punkt gebracht und auch mal festgemacht an der ganzen Damrod-Szene. Bei Damrod ist das auch so, der kommt erst riesig an, wird riesig aufgebaut, dann wird der Kampf plötzlich immer kleiner, immer leichter. Und so ist das mit der Schlacht auch, die wird nicht immer größer, die wird immer kleiner in ihren Ausmaßen. Du hast am Anfang diese riesige Masse, dann hast du die Elbenreiterei, dann hast du nur noch so diesen Ansturm und am Ende nur noch den Last Stand und zwischendurch den Troll. Und den Last Stand, den konnte ich auch wirklich überhaupt nicht mehr ernst nehmen. Also da musste ich teilweise schon lachen, spätestens, wenn die Elben da stehen, die Stadtverteidigung im Hintergrund lehnt eine Leiter an der Mauer, wo sie eigentlich hochgehen und Schutz suchen könnten. Aber vielleicht verbeißen wir uns auch ein bisschen viel jetzt gerade in der Schlacht, auch wenn man immer wieder auf die zurückkommt. Maurice, du hattest ja schon gesagt, dass für dich, also es klang für mich auf jeden Fall schon so raus, auch schon im Vorgespräch, dass die Annatar-Storyline euch mit Abstand am besten gefallen hat, ne? Und du hattest auch schon diese Szene erwähnt, wo er so aus dem Feuer kommt. Genau, ist natürlich anders als in den Büchern, aber ich glaube, das war ja so die größte Angst von allen Fans oder vielen Fans, dass die jetzt Annatar kommt und verkackt haben mit Heilbrand in Staffel 1. Und ich fand, so wie sie das jetzt gerettet haben und umgesetzt haben mit der Darstellung, das fand ich extrem gut gemacht. Und ich denke auch nicht, dass man das nach Staffel 1 besser hätte machen können. Also, dass er sich dann halt so Celebrimbra als Annatar-Revealed und dann seine Form ändert und dann alles so göttlich und toll und Valinus zu sehen und tolle Wolken und Licht, das war schon richtig cool, fand ich. Und auch nachträglich fand ich, die Dialoge zwischen Celebrimbra und Annatar waren mit die Besten aus der Staffel. Also, die hatten schon, nicht immer, aber meistens hatten die schon Substanz. Es gab sehr viele Easter Eggs, sehr viele Details. Und es waren jetzt auch nicht nur irgendwelche Hauptsätze, die aneinandergereiht waren oder kleine Wörter und sowas, sondern es waren halt teilweise wirklich tolle Dialoge. Und vor allem, weil er auf deren Beziehung ja einfach so auf das Schmieden der Ringe einfach nur bezogen war und eben die Dialoge dann. Und somit halt, fand ich, mehr Spannung erzeugt wurde, als viele Action-Szenen mit zum Beispiel Arondir oder Isildur. Ja gut, Arondir ist ja eigentlich nur noch, irgendwann habe ich im Podcast, glaube ich, angefangen, ihn Arondir Ex Machina zu nennen, weil mehr macht er ja eigentlich nicht. Er hat wahlweise Action-Szenen oder einen Plot, der sich mir nicht so richtig erschließt. Also klar, sie wollen da halt irgendwie, ach, er will jetzt irgendwie Bronwyn rächen und dann legt er sich mit Ada an und der tötet ihn mal eben so im Vorbeigehen, wo man sich auch denkt, wow, Arondir ist die ganze erste Staffel dermaßen overpowered, auch hier mehr oder weniger. Und dann wird er einfach so abgefertigt. Also, ja, aber das ist eh eine Figur, auf die man verzichten könnte, in meinen Augen. Also, auch seine Endspirren für die Staffel 2 war ja, basically, Isildur und Efret sind da von den Banditern gefangen. Und dann macht er irgendwie einen doppelten Rückwärtssalto über das Pferd drüber. Und wie soll es denn in Staffel 3 weitergehen? Wie wollen die das noch toppen? Also, dann wird er einfach zum Fidgets wieder oder sowas, keine Ahnung. Und macht er sonst was für Pirouetten, während er irgendwie Orks tötet. Ich finde, der nimmt einfach generell eine viel zu große Rolle ein. Also, es ist ja toll, dass er ein guter Kämpfer ist und sowas. Aber er hat jetzt nichts mehr. Er hat jetzt Bronwyn nicht mehr, er hat jetzt Ada nicht mehr. Er ist basically niemand. Und was ich gut gefunden hätte, wenn er jetzt wirklich auch in der Staffel gestorben wäre, oder anderweitig abhandengekommen wäre und jetzt in Staffel 3 nicht mehr da wäre. Aber jetzt wird er in Staffel 3 reingenommen und mal gucken, wie das weitergeht. Aber wahrscheinlich einfach noch mehr Stunt und noch mehr Rollen und krasse Tricks als davor schon. Ja, das ist die konsequente Weiterentwicklung von Legolas in den Hobbit-Filmen. So ein bisschen auch schon in Herr der Ringe hatte Orlando Bloom, also ohne jetzt Herr der Ringe da schlecht zu machen, weil ich die Olifantenszene auch immer sehr amüsant finde. Aber da sind auch schon so, wo Peter Jackson so dazu neigt ist, zu übertreiben. Und beim Hobbit ist dann ja alles zu spät. Also, da denkst du teilweise, ich, den könntest du jetzt auch einfach in einen Marvel-Film implementieren. Ja, kann man natürlich gespannt sein, wie es weitergeht oder auch nicht. Die Figur interessiert mich leider gar nicht. Ich fand die in der ersten Staffel schon wahnsinnig dröge. Und sie haben es leider auch hier gründlich verpasst, dem einfach mehr Substanz zu geben. Und ich finde es in der Staffel hier ehrlich gesagt sogar noch schlimmer, weil du merkst einfach, der hat im Grunde keinen Plot mehr einfach. Also auch keine wirklich Motivation mehr. Ja, gut, hier Rache an Adar, aber du merkst halt, dass seine ganze Plotline wurde über Bronwyn definiert. Dass er sie halt irgendwie schützen muss, dass er mit ihr praktisch eine Art Patchwork-Familie hat. Und Bronwyn wurde in meinen Augen auch ehrlich gesagt ziemlich ungelenk rausgeschrieben. Also warum haben sie es nicht einfach so gedreht, das weiß ich nicht. Die waren unterwegs nach Pelagier und er macht sich dann Vorwürfe, dass entweder Bronwyn gestorben ist. Also keine Ahnung, die sind eben von Orks überfallen worden und dann ist sie doch noch gestorben. Und fühlt sich dann schuldig und mit Theo oder man hätte einfach Theo und die Mutter beide töten können. Oder noch besser, man hätte Bronwyn schon in Staffel 1 töten können. Weil das ist auch so bescheuert. Die ist, also ich hab ja den Rewatch nochmal gemacht und die ist wirklich, erst ist die wirklich so gerade eben noch zwischen Tod und Leben. Dann ist die wieder quietschfelel und dann soll die im Nachhinein noch an einem vergifteten Orkpfeil gestorben sein. Da denk ich mir, wie lange braucht denn bitte schön dieses Orkgift, um zu wirken? Also, und ja, natürlich, sie mussten da irgendwie drum herumschreiben, weil die Schauspielerin jetzt raus ist, aus welchen Gründen auch immer. Aber nee, das fand ich leider echt auch schwach geschrieben an der Stelle. Ja, ich weiß nicht, wir hatten ja gerade Beste und können wir uns auf die schlechteste Plotline einigen? Was meint ihr? Bestimmt. Können wir wahrscheinlich im Korps sagen, ne? Generell alles, alles mit Pelagio. Also, da ist dann ja auch Isildur mit dabei. Ja. Aber ich finde auch Isildur, es ist ein Charakter, von dem jeder Fan weiß, dass der wiederkommt. Ja. Der wird in Staffel 1 für tot erklärt. In Staffel 2 jetzt, was hat er denn für ein Charakter-Development gemacht? Wir haben erfahren, wie seine Mutter gestorben ist, dass er sich deswegen Vorwürfe macht. Okay. Ja. Aber weiter ist denn nichts passiert, einfach nur. Und jetzt segelt er nach Numen, oder? Und in Staffel 3 ist dann wieder alles beim Alten. Ja. Das hätte man sich einfach sparen können. Der ist ja einfach auch wichtig. Also, im Hinblick auf Staffel 5 ist der einfach noch wichtig. Und das ist auch so ein Charakter, wo ich mich persönlich auch bei Staffel 1 drauf gefreut hatte, den endlich mal zu sehen. Ich meine, das ist ja schon insbesondere vor zwei Jahren der Reiz einfach gewesen. Dass man diese ganzen Figuren, von denen man nie gedacht hätte, dass man die mal wirklich auf dem Bildschirm in der Form erleben könnte, dass das dann jetzt wirklich mal passiert. Also, dass wir allein mal Numenor zu Gesicht kriegen. Und ja, da ist bei mir mittlerweile auch, also, sowohl was den Numenor-Plot angeht, als auch Isildur. Isildur fand ich in Staffel 1 schon einfach wahnsinnig uninteressant. Aber hier, dass man dem so viel Platz einräumt, dass es diese blöde Kankra-Szene geben muss. Also, die, okay, die war jetzt für sich genommen nicht schlecht, aber ganz ehrlich, hätte es irgendeinen interessiert, wenn man da nicht gesagt hätte, das ist Kankra. Sonst, Maurice, ich weiß nicht, machte das im Hinblick auf die Lorde eigentlich Sinn, dass sie so klein ist? Weil die ist doch da bestimmt schon um die tausend Jahre alt, oder? Naja, also, das Riesenproblem ist ja jetzt, dass das zweite Zeitalter sehr lang ist. Ja. Also, über 3400 Jahre lang. Und in der Serie, aber nun nicht, in der Serie wird ja alles komplett zusammengepressen und alle Ereignisse innerhalb von, keine Ahnung, am Ende vielleicht 20 Jahren abgehandelt. Ich weiß nicht mal. Würde es schon durchaus Sinn ergeben, dass Kankra am Anfang des zweiten Zeitalters so klein gewesen ist. Und halt am Ende, wenn dann Isildur oder Pharrason und so weiter leben, ist sie natürlich schon deutlich größer. Mich hatte das auch eher unterwältigt, weil sie kündigen da groß irgendwie an, oh, Kankra kommt in der Staffel vor. Und dann ist es einfach nur eine Spinne, die kleiner ist als die in Harry Potter im Wald. Also, das hatte mich echt unterwältigt. Und es hatte auch nichts Charakteristisches. Dass es hätte, ja gut, wie die da irgendwie vor dem Sonnenlicht zurückschreckt. Wobei ich mich dann frage, wir sind doch in Mordor, wo kommt hier die Sonne her? Aber da, also das ist halt auch wieder, sie haben alles Mögliche mit dem Marketing aufgeblasen. Und mindestens die Hälfte davon entpuppt sich einfach als Seifenblase bei mir. Also, wirklich quer durch alle Plotlines dürfte ich da bestimmt irgendwas finden. Auch, ja gut, Tom Bombadil, da kommen wir ja noch zu. Aber ich glaube, wir können uns definitiv einigen, dass der ganze Plot mit Isildur, Arondir, Estrid, wer ist da noch bei, weiß ich nicht. Das ist wirklich das mit Abstand langweiligste der gesamten Serie bislang. Ja, schon, auf jeden Fall. Und wo du es gerade auch schon angemerkt hast, ich würde generell wahrscheinlich sagen, wenn man das ganze Marketingmaterial und die ganzen weiteren Teaser und sonst was alles an sich vorübergehen lässt und das nicht alles mitnimmt, dann hat man, glaube ich, ein viel besseres Erlebnis von der Serie. Das schon, das schon, ja. Ja, gut, könnte man natürlich sagen. Ich meine, viele Leute schauen ja heutzutage keine Trailer mehr. Kann ich auch irgendwo nachvollziehen, weil Trailer heutzutage gefühlt eher so eine Art Pitch sind, der eigentlich in die Chefetage von irgendwelchen Studios gehört, weil gefühlt halt der ganze Plot gezeigt wird. Aber, ja, gut, auf der anderen Seite ist es natürlich auch, also, ich meine, das Marketing ist ja dazu da, damit du es wahrnimmst. Und das ist ja nun mal ein Mittel einfach, um das zu bewerben etc. und natürlich auch möglichst positiv darzustellen. Und natürlich ist Marketing auch gerne mal irreführend. Also, ich würde mich auch gar nicht wundern, weiß nicht, ob du das mal gehört hast, Maurice, in den USA haben tatsächlich mal welche Amazon verklagt wegen eines irreführenden Trailers. Was? Ja, ja, zum, ich glaube, Danny Boy Film Yesterday. Die waren irgendwie harte Fans der Schauspielerin Anna de Amas. Und im Trailer taucht sie auf, aber im finalen Film ist sie komplett rausgeschnitten. Und deswegen fühlten sich diese beiden komplett betrogen, haben Amazon verklagt. Und ich stelle mir jetzt ehrlich gesagt so langsam die Frage, was ist eigentlich, wenn es jetzt bei Rings of Power irgendwelche gibt, die einfach sauer sind, dass wir diese Reiterszene nicht wirklich in der Form bekommen haben, in der sie angekündigt wurde? Weil gefühlt haben wir sie eigentlich komplett im Trailer gesehen. und, ja, da einfach mal eine dicke Sammelklage auf die Beine stellen. Naja, aber kannst du auch ein bisschen übertreiben, oder? Meinst du nicht? Es ist irreführendes Marketing, Sven. Ja, du siehst sie nur anreiten, was danach passiert, siehst du nicht. Ja, weil da nichts mehr passiert. Ja, das ist mir schon klar. Ich fand es auch ärgerlich. Ich bin da voll und ganz bei dir. Aber dann jetzt zu sagen, komm, wir mal eine Sammelklage, sollen die Leute mal hier bezahlen für. Dann kannst du jeden Trailer, direkt vor Gericht zerren und sagen, Moment, ich hab gedacht, da passiert das und das. Warum passiert es denn nicht? Dann sagen die, ja, keine Ahnung, weil es halt nicht so geschrieben ist. Also, naja, da kann man es, finde ich, auch echt übertreiben. Ich finde, die sollten eigentlich bei einem Trailer bleiben. Ah ja, klar. Aber die sollten bei einem Trailer bleiben. Und das war's. Ich gucke mir auch nur einen an, der hat bei Rings of Power natürlich auch einen zweiten noch reingezogen. Aber ich merke einfach immer wieder, du machst dir mit sowas echt so viel kaputt, weil du genau diese Erwartung dann hast und die wird nicht erfüllt. Ja. Und du verrätst dir eigentlich im Endeffekt fast selber alles. Das ist halt schon schade. Und da, finde ich, auch sollten sie wieder eher mal so einen Schritt nach hinten gehen und einfach nicht alles zeigen. Vielleicht ein, zwei Highlights, ganz kurz und nicht irgendwie ein Trailer, der dann vier Minuten geht und dir die Hälfte der Staffel schon voll ballert. Also, das finde ich auch. Da müssen sie echt mal wieder die Zügel etwas anziehen. Ja, ich fand aber, du hast bei diesem überlangen Trailer, hast du aber auch die Verzweiflung so ein bisschen gespürt, dass sie wissen, dass sie jetzt irgendwie auch versuchen müssen, Publikum zurückzuholen. Ja, ja, klar. Weil die erste Staffel war nun mal nicht wirklich erfolgreich. Auch wenn sie sich das gerne schönreden, jetzt auch wieder bei der zweiten Staffel. Aber das wird, glaube ich, auch immer schwieriger. Weil, ganz ehrlich, also Folge 7 ist jetzt, glaube ich, die erste, die mal irgendwie halbwegs auf Social Media und so weiter einen Bass bekommen hat. Ansonsten ist der Rest so echt so vorbeigesuppt an den allermeisten. Und ja, ich meine, viele hatten ja zum damaligen Zeitpunkt nicht mal Staffel 1 zu Ende geguckt. Dann werden sie wahrscheinlich auch Staffel 2 nicht gucken. Ja, die Zahlen werden mal interessant. Ich hätte noch im Hinblick auf die Lorne-Frage an Maurice. Wenn du dir jetzt diese Plotlines anguckst, angenommen, du könntest davon wahlweise eine streichen oder komplett verändern, welche wäre das? Also, was würdest du eher tun? Würdest du eher eine streichen oder komplett verändern? Also, ich glaube, der Serie würde es am besten tun, wenn man eine Plotline streichen würde. Wobei, beides. Zweites wäre sehr, sehr mächtig tatsächlich. Weil die ganze Ringe der Markt-Plotline, die ist jetzt ja in meinen Augen mittlerweile die beste. Aber ist ja auch vollkommen anders, als eigentlich in den Büchern ist. Und ist auch sehr viel Potenzial dann verloren gegangen. Nee, obwohl, ich würde meine Antwort noch mal ändern. Also, ja. Ich würde ganz gerne eine Storyline verändern. Da hat man halt immer noch das Problem, dass man da eine richtig, richtig krasse und gute Storyline hat. Eben mit Kellele Brimboa und Eregion und Anata und dem Ding der Macht. Und der ganze Rest ist halt scheiße. Aber, oder halt nicht so gut. Eben nicht so gut. Keine Ahnung. Vielleicht würde man auch einfach die Haar-Füße kommen und raus streichen. Und Staffel 1 und 2. Und hätte einfach dann viel mehr Zeit gehabt für die ganzen Intrigen. Numenor, das ganze Schmieden der Ringe. Da hätte man das vielleicht auch chronologisch gut machen können. Und nicht umgedreht, wie es jetzt in der Serie passiert ist mit den Ringen. Genau, hätte man vielleicht sich auch einige Plottholz sparen können. Und unerklärtes Reisen und sowas. Oh Gott. Ja, unbedingt. Sven, was würdest du dir denn aussuchen? Oder was würdest du gerne komplett verändern oder rausnehmen? Oh, also klar, mein absoluten Liebling Theo, der muss raus. Warum ist der eigentlich noch in der Serie? Jetzt mal ehrlich. Ja, das frage ich mich halt auch. Vielleicht, damit Aaron dir ihn irgendwann total genervt von irgendeinem Berg schmeißen kann. Ja, also ich sehe es genauso. Also sie sollten sich wirklich auf ein paar Sachen konzentrieren. Ja, Theo kann raus. Aaron dir kann langsam mal weg. Was heißt langsam? Der kann weg. Hatte ich vorhin auch schon gesagt. Ja, und du hast wirklich auch so mit Numenor und auch das Schmieden der Ringe, was mir auch wirklich sehr gut gefallen hat. Auch wenn ich so diese Auflösung, wie Kelly Brimboa dann doch so draufkommt, okay, ich werde hier ganz krass manipuliert mit diesem Mausloop und seinen Kerzen und sonst was. Das fand ich auf der einen Seite ganz gut, auf der anderen Seite dachte ich, kommst du jetzt aber auch ein bisschen arg schnell drauf. Mir hat trotzdem diese Beziehung zwischen Anata und Kelly Brimboa sehr gut gefallen. Diese Manipulation hätten sie auch ein bisschen besser ausarbeiten können. Und ja, okay, wie gesagt, ich habe kein großartiges Problem mit den Haarfüßen, aber ja, ich kann mir gut vorstellen, dass die auch in der dritten Staffel dann keinen Mehrwert mehr. Also die haben sowieso, sie haben ihn da hingebracht, wo er hin soll. Gandalf hat jetzt alle Sachen erledigt, die wichtig sind für ihn zumindestens mal, um seine Origin-Story da so ein bisschen aufzupuschen. Ja, ich glaube mir, dass die in der dritten, dass die in der dritten noch groß eine Rolle spielen kann. Also ich meine, sie hatten sie ja jetzt in der zweiten schon zurückgefahren, das merkt man ja auch. Und ja, irgendwie haben sie auch nicht wirklich viel groß zu tun. Also die hängen ja eine ganze Weile bei den Stachen rum und ja, dann kommt ja Saruman ins B und dann ist da auch nicht mehr viel. Also ich hatte auch so das Gefühl, also ich muss die achte Folge ja nochmal sehen, aber ich hatte auch das Gefühl, dass zumindest Gandalf, beziehungsweise Gandalf können wir jetzt hier sagen, dass die Plotline, mit der der Haarfüße in Zukunft gar nichts mehr zu tun haben wird und dass wir dann wahrscheinlich nur noch eine Origin kriegen. In jeder Staffel, weiß ich nicht, in der dritten kriegt er dann jetzt seinen Hut, in der vierten seinen Halszug und in der fünften, weiß ich nicht, lernt er dann Bilbo kennen, keine Ahnung. Ja, also ich sehe jetzt auch wie Maurice, dass man da tatsächlich ordentlich was zusammenstreichen kann, um sich wirklich auf die wichtigen und auch interessanteren Aspekte zu konzentrieren. Ja, sehe ich genauso, ja. Ja, ich würde glaube ich, ja gut, die Plotlines, die ich streichen möchte, also Isildo komplett raus, Haarfüße auch weg, Scandalf, ja, nee, langweilt mich auch, tschüss. Tom Bombardier brauchen wir gar nicht, gar nicht drüber reden, auch wenn der Schauspieler an sich das nicht schlecht macht, aber sie haben aus ihm halt einfach eine Arschloch-Version von Yoda irgendwie gemacht für mich. Was ich einfach gerne ausbauen würde, wäre wirklich dann auch die ganze Eregion-Plotline. Und Maurice, du hattest ja vorhin schon diese Szene hervorgehoben mit dem Kamin, ne, also wo Anata sich zu erkennen gibt, die fand ich auch nicht schlecht, auch wenn, ja gut, wie er da so als so eine Jesus-Erscheinung, das rief bei mir so ein bisschen in Erinnerung an Darren Aronofsky wach, aber sei es wie es sei. Aber ich würde dem Ganzen noch viel mehr Platz einräumen, weil wenn man dann halt mal wirklich guckt, also klar, wir müssen jetzt nicht 300 Jahre sehen, wie Sauron die Elben umgarnt und dann die Ringe nochmal über mehrere Jahrhunderte hinweg geschmiedet werden oder mehrere Jahrzehnte zumindest. Korrigiere mich bitte, Maurice, aber das dauert, glaube ich, ewig lange eigentlich in der Timeline. Ja, ich glaube, in der Timeline sind es knapp 500 Jahre, in der Anata aber den Elben chillt, bevor die anfangen, die Ringe zu schmieden, genau. Und dann nochmal irgendwie 100 Jahre, bis die fertig sind. Also das müssen sie natürlich jetzt nicht so in der epischen Breite zeigen, aber es geht mir doch relativ alles zu schnell. Also unabhängig davon, dass ich diese Szene, wo der sich da offenbart, gar nicht mal schlecht finde. Ich finde, der lässt sich einfach viel zu leicht und viel zu schnell manipulieren. Und wenn du es mal wirklich runterbrichst, also jetzt mal so, meinest du ja, 500 Jahre und da ist ja dann auch erstmal eine Zeit, wo er überhaupt das Vertrauen von denen gewinnt. Und wenn du es wirklich ganz streng betrachtest, hast du hier eine einzige Szene, in der das vonstatten geht, in der er Kelle Brimbo verführt und dann ist er dem praktisch, ist er ist ja für mich unterwürfig dem gegenüber. Und ich glaube, ich hätte es deutlich interessanter gefunden, wenn man wirklich so über die Staffel hinweg eine Entwicklung gezeigt hätte. Also wenn man, wenn man das Schmied der Ringe vielleicht so erst in die dritte Staffel geschoben hätte, hier vielleicht dann schon einen Satz geschmiedet hätte und das aber viel mehr gezeigt worden wäre, wie Annatar die Elben, also wie der auch Zwietracht zwischen denen sät. Wie er Galadriel aus, das ist ja glaube ich in der Lohr so, dass er Galadriel praktisch aus ihrer eigenen Stadt vertreibt und die dann ja Lorien gründet. Ja, genau. Das hat mich irrsinnig gestört und es wirkt leider auch so alles ja wieder, wieder überhetzt, wo man sich denkt, mein Gott, ihr habt doch, ihr habt doch eigentlich die Zeit, ihr habt doch eigentlich das Geld. Aber ja, da muss dann halt, also Screentime wird dann halt einfach sehr viel geopfert für diese ganzen eigentlich schon eher Subplots, die eigentlich keiner wirklich braucht. Und deswegen da einfach viel mehr, viel mehr Raum auch geben für Intrige, auch in Numenor zum Beispiel, auf dem Papier klingt das so geil und dann ist Numenor wirklich für mich, ich meine, in der ersten Staffel hatte ich da noch so ein bisschen Suspension of Disbelief, aber hier wirklich gar nicht mehr. Ich finde das alles entsetzlich öde. Pharrason hat nichts richtig zu tun. Es wird fast immer nur behauptet, dass er dies und das und jenes tut. Äh, Äh, Earien mutiert von jetzt auf gleich zur egalen Figur förmlich zur, zur Helfershelferin. Äh, der einzige, der noch da okay ist, ist Elendil. Miriel finde ich auch ziemlich öde mittlerweile. Also, boah, und du denkst dir so, da schlummert eigentlich so ein Potenzial drunter, aber es ist nur so, ich sag jetzt mal wirklich ganz böse, Game of Thrones auf Wish bestellt leider mittlerweile. Also teilweise habe ich wirklich schon Soap-Charakter so in Numenor für mich ausgemacht. Sonst, äh, du warst ja auch eher enttäuscht von Maurice, oder? Also von Numenor sehr stark. Also bei den Haarfüßen und sowas, da wusste man sehr stark auch, dass es nicht unglaublich episch und so wird. Aber Numenor ist so ein heftiges Königreich einfach in den Büchern, dass es, da geht so die Post ab und da hat man auch im zweiten Zeitalter so viel, so unglaublich viele Storylines und Sachen, die man machen könnte. Und ja, jetzt, es ist einfach viel zu klein. Also bei Numenor, da trifft das einfach am allermeisten zu. Es ist zu klein. Zur Zeit von Pharrason, da gibt's fünf Millionen Menschen. Zu sehen sind immer mal so 30 vielleicht, der Numenor. Ja, ja. Und Numenor kann man ja auch am allerbesten mit Game of Thrones vergleichen, weil es sind halt Menschen in beiden Fällen und es sind einfach richtig viele Intrigen und Hinterrücksgemorde und zwei Fronten, die sich da auftun und sowas und Streitereien und Bürgerkrieg und sowas. Hat man ja alles in Game of Thrones. Aber in Numenor wirkt es einfach so klein und wird halt, man sieht ja letzten Endes immer nur die ganzen hohranigen Adligen, die da im Königspalast chillen. Und das ist halt super schade einfach nur. Und letzten Endes, wie es gelöst wird, dass die Numenor da jetzt dann irgendeinen Seemonster haben, dem sie glauben oder das da für sich richtet. Und dann haben sie da irgendwelche tollen alten Gesetze, die alle super barbarisch sind und so. Und ein paar Land, die haben sie nur, also eigentlich haben sie neun oder noch viel mehr. Die wirken halt auch einfach nicht wirklich fortschrittlich. In den Büchern sind die drei Meter groß. Das sind Übermenschen einfach nur. Die sind praktisch elbisch, haben elbische Fähigkeiten, die können zaubern. Die haben die krassesten Technologien, aber das kommt alles. In der Serie haben sie Wasserleitungen. Toll. Und das ist halt das höchste Gut, was man zu sehen bekommt. Und das ist halt echt ein bisschen schade. Also in Staffel drei soll es ja wirklich dann mehr um Numenor gehen. Und ich hoffe, dass es da dann wirklich auch mal seiner Größe gerecht wird, ein bisschen mehr. Und da ein bisschen mehr rausgeholt werden wird. Also was mich irrsinnig gestört hat, das hatte ich dir ja auch mal geschrieben, dass Numenor jetzt förmig zu so einer Art Gottesstaat wird. Also die haben ja wirklich gefühlt kein Gesetz, was nicht irgendwie mit göttlicher Macht oder göttlichem Eingriff, göttlichem Urteil verknüpft ist. Also weiß ich nicht, sie reagieren auf den Baum, auch lass mal in den Krieg ziehen. Der Adler kommt, der kommt wahrscheinlich eigentlich für Miriel. Warum frisst da Pharrason nicht? Scheißegal, Pharrason ist jetzt König. Miriel kann einfach den Platz da bei diesem Urteil einnehmen und ach, und dann ist sie wieder Königin. Ey, das ist wirklich so, das ist so entsetzlich langweilig. Vor allem weißt du bei vielen Figuren einfach, also Elendil, weißt du, dass der überleben wird bis zu einem bestimmten Zeitpunkt. Da bangst du nicht drum, dass der von diesem Seemonstar gefressen wird. Und da haben sie eben auch etwas, was sie ganz typisch nicht in den Griff kriegen. Sie haben halt wirklich dieses klassische Prequel-Problem. Warum soll man um diese Figuren bangen, wenn man ganz genau weiß, was die noch alles so verzapfen werden? Also vor allem bei Gandalf, da wirklich, also und auch hiermit, da würde mich deine Meinung auch mal interessieren, Maurice. Was hältst du denn von Maybe-Saruman in der Serie? Also ich hoffe sehr, dass Armin nicht Saruman ist, sondern dass er zu einem der beiden Blauen Sauger wird, die in den Osten mit der Erde gelangt sind und dann in einer Vision auch böse geworden sind. Ähnlich wie Saruman wird, deutlich früher. Und wenn sich das halt so herausstellt, dann wäre das ziemlich cool oder es würde halt einfach auch passen einfach mal. Wenn er jetzt wirklich Saruman wird oder sich als Saruman herausstellt, dann wird's schwierig. Ja, dann passt es halt wieder komplett nicht überein mit Sarumans Charakter im Herrn der Ringe und im Hobbit. Und weil er eigentlich erst deutlich später böse wird. Und ja, also ich hoffe wirklich inständig, dass es sich bei ihm einfach um den Blauen Zauberer handelt. Aber ja, keine Ahnung. Ja, der Dunkelblaue dann vielleicht so ein bisschen. Nee, aber also für mich gibt's zwei Möglichkeiten im Hinblick auf Kiaren Heinz in der Rolle. Der ist ja eigentlich auch kein schlechter Schauspieler, aber der hat halt nichts zu tun. Also der ist so ein bisschen so der Thanos der Serie. Der sitzt eigentlich nur auf seinem Thron. Dann sagt er mal, er macht was, kommt aber dann vier Folgen nicht vor. Und also ich hab zwei Theorien. Entweder es ist wirklich Saruman oder es ist nicht Saruman. Die Showrunner haben es ihm aber nicht gesagt. Und da Kiaren Heinz selber denkt, dass er diese Rolle spielen würde, channelt er einfach richtig hart Christopher Lee in der letzten Folge. Weil so diese ganze Haltung und dann dieses Oh, my old friend und so, das ist halt eins. Also ich fühlte mich persönlich da sehr dran erinnert, wie Saruman Gandalf in Empfang nimmt, als er zum Ohrtank kommt in Die Gefährten zum Beispiel. Ja, seine Rhetorik ist schon sehr innig, das stimmt. Ja, da, ja gut. Ach, die ganze Scam-Dive-Story. Ich weiß gar nicht, Maurice, ob du das mal gehört hast, dass die Showrunner ursprünglich gar nicht vorhatten. Da, also da sollte ursprünglich gar nicht so ein Riesengeheimnis drum gemacht werden, beziehungsweise die Leute sollten nicht, wer weiß wie, Fan-Theorien spinnen, wer jetzt, ob er jetzt Gandalf ist oder nicht oder wer er sein könnte. Und da frage ich mich dann auch so, wenn, wenn das dann zutreffen sollte, warum zögert ihr dann diese Auflösung bis wirklich mit in die letzte Szene dieser Staffel hinaus? Also das, das kaufe ich denen auch einfach nicht mehr ab. Das wirkt, das wirkt so fadenscheinig einfach. Ja, vor allem, weil wir hatten ja schon am Ende von, man hat sich ja schon während der gesamten ersten Staffel gefragt, wer denn dieser Meteor-Man, der Stranger überhaupt ist. Und da hat er am Ende, dann wird da von den Kultisten, die da aus dem Licht so vor allem ankommen, wird da seinen Schleier weggemacht und der hat sein, sein Reveal auf einmal und dann aber doch gar nicht. Dann dauert das nochmal eine ganze Staffel, bis er halt dann doch, dann doch endlich doch wieder seinen Namen erfährt und sowas. Und das ist schon irgendwie sehr, ja, also komisch kann man es am besten beschreiben. Also es ist halt, ja, warum macht man das so? Ja, weil man Content braucht, weil man eine Staffel vollkriegen muss. Ja, und ich meine, also viele Plotlines wirken auf mich auch sehr, ja, gestreckt. Also das mit ihm und Tom Bombadil ist letzten Endes auch, ja. Ja gut, ich weiß noch, Sven, du hattest, glaube ich, oder hattest du Probleme mit Tom Bombadil? Ich glaube nicht ganz solche wie ich, oder? Also im Buch hasse ich ihn wirklich, ich finde den super nervig. In der Serie, ja, ging's. Er ist halt Gandalfs Wegweiser. Ja, und für mehr hatte ich ihn auch, also hatte ich ihn nicht eingeplant und das hat sich auch dann bewahrheitet. Und ja, ist okay, hat ein paar nette Sachen, aber ja, also ich finde auch nicht, dass man den jetzt irgendwie immens nochmal aufbauen müsste oder jetzt auch nochmal die nächste Staffel mit reinziehen oder, nee, das ist auserzählt, das kann man jetzt wirklich lassen und sich jetzt mal auf die wichtigen Sachen konzentrieren. Ja, Maurice, du wirst das wahrscheinlich alles noch ein bisschen enger sehen im Blick auf die Lore, oder? Also ich finde Tom Bombadil in der Serie schrecklich dargestellt. Also man weiß ja nicht genau, was er für ein Wesen ist. Es würde sehr gut passen, wenn er zum Beispiel ein Maya ist, das könnte auch was anderes sein, ist ja auch egal. Letzten Endes ist er ziemlich hoch, ziemlich mächtig, ziemlich göttlich, was auch immer. Und im Herrn der Ringe ist er halt so eine Witzfigur, weil er mit den Hobbits halt redet, die nichts blicken und deswegen halt, ja, da seine Witze macht und da Sachen nur sehr wenig deteilt und sehr wenig von seinem Wissen halt einbringt und sowas und da halt mehr so sein Spielchen und Geschichten erzählt und so weiter. Aber jetzt in der Serie haben wir praktisch einen Gott, Gandalf, der mit einem Gott Tom Bombadil redet. Und der macht dann genau denselben, genau dieselbe Leier, wie in Herr der Ringe die ganzen Dialoge werden reused. Die ganze Lieder, seine ganze plumpe Wesensart und ja, das ist einfach vollkommen komisch einfach nur. Also ein Erwachsener, der mit Kindern redet, redet dann ja mit einem anderen Erwachsenen auch nicht, so wie er gerade mit den Kindern geredet hat. Also diese andere Perspektive, die fehlt einfach. Und ja. Und letzten Endes ist er jetzt so ein Zwischending. Er macht halt die ganze Zeit seinen Dongelong und yay, ich bin hier mit Bombadil und Goldbeer ist auch da, aber siehst du nicht und ist doch nicht da und das alles und tut das oft lustig, aber ist am Ende dann doch wieder relativ ernst und sowas und das ist halt so ein Zwischending eben. Er ist nicht wirklich dieser fröhliche, trellernde Charakter aus den Büchern, den nichts und niemand zum Ernst bringen kann, sag ich mal. Sondern in der ersten Zeit, er macht seine Witze und ist trotzdem irgendwie ernst. Keine Ahnung. Ich muss da, also den Schauspieler, also Rory Kinnear, finde ich persönlich gar nicht mal so schlecht in der Rolle, auch wenn er viel zu Verhalten spielt und ja, auch nicht wirklich zur Beschreibung aus den Büchern passt. Aber ja, also da bleibe ich ja durchaus offen für eine Interpretation. Also mir ging da auch so durch den Kopf, du hast auch zum Beispiel in den Harry-Potter-Filmen hast du auch etliche Figuren, die völlig anders aussehen, als in den Büchern beschrieben. Weil die Schauspieler fangen das dann einfach auf mit ihrer Performance. Hier ist das so halb gelungen, weil das Drehbuch einfach deutlich schlechter ist. Also die keuen einfach nur die Dialoge aus dem Buch wieder in einem völlig anderen Setting. Also der redet da irgendwie von, ach ja, ich war hier vor den Flüssen und den Wäldern und den Tälern. Und man denkt sich so, er erzählt das, während er in der Wüste sitzt. Dann führt dieser ganze Plot, dass er da hingereist ist, extra in die Wüste. Der führt eigentlich nirgendwo hin. Das ist einfach nur so Behauptungen, dass er da jetzt irgendwie Wurzeln geschlagen hat, was weiß ich. Und was für mich halt gar nicht ging, dass sie ihm dieses Gandalf-Zitat da völlig runtergedampft in den Mund gelegt haben. Dann auch so verbunden, so mit dieser sadistischen Wahl. Ja, hier, du musst jetzt hier deine Ausbildung beenden oder du kannst deine Freunde retten. Also das, da hatte für mich, kann ich nur noch mal sagen, Sven weiß es ja noch, ich hatte richtig harte Vibes von Yoda aus Star Wars Episode 5 an dieser Stelle, nur halt in Scheiße. Weil ich mir so denke, ey, genau, der Eremit, der die ganze Zeit in der Wüste hockt und sich um nichts sorgt und trellernd durch die Gegend watschelt, der will mir jetzt erzählen, ja, du kannst doch nicht alle im Stich lassen. Also was macht der denn am laufenden Band? Also das ist so, das hat für mich wirklich überhaupt nicht funktioniert. Dann haut er einfach ab. Also ich meine, man hätte ja doch zum Beispiel auch analog zum Buch, hätte man doch auch irgendwie erzählen können, wie Bombardil zusammen mit Scamdalf die beiden Hobbits rettet. Und dafür hätte dann Scamdalf irgendwie den Walter wieder zum Blühen gebracht oder irgendwie sowas. Aber wirklich gar nichts. Alles nur statisch auf Exposition und dann ist er auch weg. Und das finde ich auch schade, weil der Schauspieler hat eigentlich was Besseres verdient, finde ich. Ja. Aber ich finde halt, ich habe es irgendwann so verstanden, dass Tom halt da war und hat irgendwie auf, klar, auf Gandalf gewartet, um ihm an die Hand zu nehmen. Aber, also ich hätte jetzt auch nicht gewollt, dass die beide als Tag-Team dann die Hobbits befreien. Da hätte man Bombardil schon ein bisschen mehr Badass zeigen sollen, weil was wir dann machen? Die Orks untanzen. Moment, da sind ja überhaupt keine Kraft außerhalb. Da sind ja nur die Kultisten und die sind einfach ziemlich lahm. Kultisten halt, scheißegal. Aber was willst du mit dem kleinen, harmlosen, Obdachlosen aus Mittelerde machen? Ja, aber der kümmert sich halt um nichts. Aber das macht er ja auch so. Das ist halt einfach, das ist sein Style. Nee, ich, ja, ich weiß wie, nein, ich fand es jetzt auch nicht so dramatisch. Ich bin jetzt aber froh, dass er weg ist. Ich hätte jetzt auch nicht mehr gebraucht. Und eine Kampfszene mit dem, Gott sei Dank. Er singt alles weg. Den gibt es doch, äh, äh, Gibt es denn nicht, das hatte Lasse, glaube ich, im Podcast erzählt, den gibt es doch irgendwie als Superpower in, oder als Power-Up irgendwie in Schlacht um Mittelerde 2, ne? Wo der dann irgendwie singend über Schlachtfeld läuft oder irgendwie sowas. Um Himmels Willen, keine Ahnung, habe ich nicht gespielt. Habe ich auch nicht gespielt, weiß ich nicht. Ja, ich auch nicht, ich auch nicht. Wir kommen aber mal, wenn ihr wollt, zu einem Aspekt, der ja durchaus in der ersten Staffel für mich so auf der Haben-Seite war, nämlich die Orks und ihr Anführer Adar, von dem wir uns ja leider dann schon in dieser Staffel verabschieden durften. Ja, ich mochte den ja in der ersten Staffel sehr gerne, auch verknüpft mit dem Schauspieler. Er wurde ja umgecastet zu Sam Hazeldeen. Wie kam denn sowohl der neue Darsteller als auch so die ganze Plotline bei euch oder bei dir so an, Maurice? Also visuell war das Umcasting, ist das komplett gut gelungen. Also die wehnen sich davon extrem ähnlich auf, so wie das jetzt gelöst worden ist. Ich finde trotzdem, dass der andere, der erste Schauspieler, der hatte, keine Ahnung, vielleicht lag es auch an den Dialogen oder am E-Bug, aber der hatte ein bisschen mehr. Keine Ahnung, der hat mich in Staffel 1 mehr abgeholt. Aber vielleicht war es auch einfach, dass in Staffel 1 war Adar halt der Einzige, der halt mit Dialogen oder der Wortgewalt hatte, der auch was gesagt hat, was so das Hand hatte und so. Und in Staffel 2, da war halt mehr groß. Vielleicht war es deswegen nicht mehr so ein Highlight oder so. Das weiß ich jetzt nicht. Aber ansonsten hat es mir ganz gut gefallen. Die Orgs meinst du jetzt auch noch so, oder? Oder die generelle Storyline? Ja, da ist ja, da bist du ja, kannst du natürlich auch gerne mal sagen, weil es gibt ja da schon länger diese Diskussion um die Org-Familien. Da brichst du ja, glaube ich, gerne Lanze für, ne? Also, zu den Org-Familien. Ich finde, eine Sache, die die Serie sehr gut macht, ist Sachen richtig stellen, die gerade in den Peter-Jackson-Filmen falsch dargestellt worden sind. Oder die Fans falsch aufgefasst haben. Und das ist zum Beispiel eben, dass Orgs nicht aus Matsch entstehen und da in irgendwelchen Gruben gebrütet werden, sondern dass die tatsächlich völlig normal durch Sex wie auch Menschen und Elben sich da vermehren. Weil sie auch ganz klar durch Menschen und Elben zusammengezüchtet worden sind. Was generell natürlich sich Tolkien nicht so vorgestellt hat, ist, dass Orgs derart freundliche Gefühle füreinander empfinden, wie es auch schon seit Staffel 1 in der Serie ist. Dass die Orgs von Arda da eben doch relativ freundlich sind und da Arda lieben und sowas. Also, ja, Orgs waren eigentlich generell sehr, eigentlich nur durch Hass und Gewalt geprägt. Und sie hassten auch ihre Vorgesetzten, ihre Chefs, ihre Meister. Und wurden auch nur so und durch Angst in Kontrolle gebracht. Ja, ihre Liebe zu Arda, wie mag man noch irgendwie verstehen, dass er halt so eine Vaterfigur für sie ist und sowas, dies, das. Liebende Familien gab es bei ihnen halt trotzdem nicht. Also Familien, ja, dass sie halt so harmonisch sind, wie es jetzt in dieser Einszene dargestellt worden ist, das auf jeden Fall nicht. Ja, ich meine, es war natürlich nur ein kurzer Moment, aber der hat ja im Internet ordentlich für Diskussionen gesorgt. Und du warst ja also in der Analyse und ich habe es auch auf dem Server gemerkt, du warst ja schon sehr bemüht zu sagen, dass das ja an für sich doch recht akkurat, also entsprechend der Lore ist. Ja, Sven, du warst ja in der ersten Staffel Arda Fan. Ist das jetzt auch noch so? Ja, absolut. Also ich finde es auch schade, dass sie ihn jetzt rausgenommen haben. Ja, ich kann es zwar irgendwo verstehen, aber ich hätte gerne noch so ein bisschen mehr über die Orks und die Beziehung zu ihm. Das hätte mich noch ein bisschen mehr interessiert, weil da hätte man auch noch, gerade so in Bezug auf Sauron, noch ein bisschen mehr Zwietracht und Intrigen. Und ich fand es ganz gut, dass sie jetzt nicht komplett auf Rambazamba eingestellt waren, sondern auch halt Gefühle und halt auch Angst und gesagt haben, okay, gut, wie ich es ja missverstanden habe, dass der eine Trupp sicher schon mal desertiert ist. Und das fand ich echt interessant, auch so in der Schlacht, wenn es so zu diesen Dialogen kommt, zwischen den Orks und Arda, die dann sagen, ja, aber ich dachte, ihr liebt uns und jetzt schickt ihr uns in den Tod und finden wir jetzt eigentlich auch nicht so tolle, sollen wir uns nicht besser zurückziehen. Das fand ich einen Aspekt, der mir wirklich, wirklich gut gefallen hat und der auch ordentlich Potenzial hätte, was sie leider halt, ich weiß nicht, wie es in der dritten wird, was sie halt leider nicht groß benutzt haben. Also das hat zwar schon auf die achte Folge einen Impact, aber da hätte man ein bisschen, da hätte ich mir tatsächlich ein bisschen mehr gewünscht. Ich finde es auch cool, dass du mal so halt Ork-Family-Live siehst, jetzt nicht ganz so krass, aber das fand ich schon ganz interessant und es hat mich auch nicht gestört, dass die jetzt, ja, wie gesagt, nicht komplett auf Rambazamba eingestellt sind, sondern einfach in ihrer Entwicklung da wahrscheinlich dann halt auch hingehen, wie Sauron sie dann halt natürlich auch benutzt und ihnen Angst macht und alles drum und dran. Aber ich finde den Weg dahin interessant, da hätte mich tatsächlich mehr interessiert. Ada mag ich, ich mochte auch den ersten Schauspieler auch einen kleinen Ticken lieber, weil der hat noch ein bisschen mehr Präsenz gehabt. Bei Heseldein, mag ich auch. Ich finde das, als ich die Bewegbilder gesehen habe, dachte ich noch, krass, die unterscheiden sich kaum. Klar ist er auch geschminkt und alles, aber ja, der erste Ada hatte noch so ein bisschen mehr einen majestätischen Gang drin und war eher so, also so habe ich es als Gefühl drin gehabt, einfach so ein bisschen auch, so ein bisschen erhabener. Ja, Sam Heseldein ist eher so ein bisschen so der Kriegsherr, schon jetzt in Staffel 2, auch wenn, obwohl ich muss sagen, also so sehr ich auch auf Folge 7 drauf haue, das war noch so einer der besseren Momente, wo er da irgendwie halt seine Orks zur letzten Ruhe bettet, wobei ich mir dann auch so dachte, die Schlacht, die kann anscheinend nicht so intensiv sein, wenn ihr auch noch zwischendurch die Möglichkeit habt, eure Toten einzusammeln oder die Verletzten zu versorgen oder die Toten zu verbrennen. Also, naja, aber nee, beim Schauspieler bin ich auch relativ bei dir. Ich würde da auch noch so weitergehen. Also Joseph Maul hat mehr Präsenz und hat einfach mehr so diese, ja, so diese Schwermut, diese Traurigkeit auch rübergebracht. Also du hast gemerkt, der ist halt wirklich uralt. Der hat so wirklich diese Erfahrung, diese Prägung von wirklich Jahrtausenden so auf seinen Schultern, in seinen Augen. Und der Neue macht es auf keinen Fall schlecht. Leider hat er in meinen Augen das schlechtere Skript abbekommen, weil zum einen bekommt er nicht viel zu tun. Also teilweise sehen wir den ja auch kaum. Und ja, also es gibt natürlich, es gibt gute Dialogszenen mit dem. Aber ansonsten hat er nicht viel zu tun. Und ich finde ihn auch leider echt nicht so clever geschrieben wie in Staffel 1. Weil wenn man sich mal daran erinnert, da ist es ja so, dass Adar auf Halbrand trifft und sich dann fragt, wer zur Hölle bist du eigentlich? Haben wir uns schon mal irgendwo getroffen? Habe ich deine Familie gekillt? Was auch immer. Und dass er dann da nicht noch mal irgendwie auf Halbrand gegangen ist, als er den in seiner Gewalt hatte, dass er nicht versucht hat, aus dem rauszukriegen, wer er eigentlich ist, stattdessen weiß er dann einfach plötzlich so aus eiterem Himmel, wer Sauron ist, dass er da zum einen nicht einfach cleverer agiert hat, sich so leicht hat instrumentalisieren lassen und dass er dann auch in der Schlacht einfach auch echt, ja, schon wirklich ein bisschen dumm agiert. Also der hat letzten Endes das Leben seiner gesamten Orks da aufs Spiel gesetzt, also grundsätzlich schon in der Schlacht. Was wäre, wenn Elrond den Angriff nicht abgeblasen hätte? Dann wären die alle verloren gewesen. Dass sie dabei auch alle unversehrt bleiben, das hat er alles in Kauf genommen und besonders dumm, das ist mir jetzt in der siebten Folge noch mal im Nachhinein aufgefallen, er bläst ausgerechnet zum Großangriff auf die Elben mit allem Drum und Dran, als die Dämmerung einsetzt. Also da dachte ich mir auch so, also der klügste Herführer bist du leider nicht und das ist schade und ich muss auch sagen, also nichts jetzt gegen den neuen Schauspieler, aber zum einen finde ich es ein bisschen undankbar, dass er jetzt schon weg ist und zum anderen, wenn ich dann jetzt so Revue passieren lasse, was sie aus der Figur gemacht haben, also was der jetzt hier wirklich zu tun bekam und welche Relevanz, da muss ich sagen, da habe ich immer mehr das Gefühl, dass Joseph Maul das Skript zu Staffel 2 gelesen hat und sich gedacht hat, boah ne, ihr macht ja gar nichts aus mir und nö, ich habe keinen Bock mehr. Weiß nicht, wie ist das so bei euch angekommen, Maurice? Also jetzt welche Gründe zur Schauspieler hatte, das, keine Ahnung, zur Story von Ada, also generell fand ich halt, dass er der einzige von Amazon dazu erfundene Charakter war, der halt interessant geworden ist. Genau, der interessant war, der eine schöne Backstory hatte, wo man halt wissen wollte, was passiert mit dem. jetzt ist er halt weg, leider. Jetzt ist halt die Frage, ob jetzt vielleicht neue Charaktere kommen von Amazon, die dann vielleicht interessant werden oder ob man jetzt einfach ein bisschen mehr Zeit und Kapazitäten hat, um ein paar andere, jetzt schon bestehende Charaktere noch ein bisschen interessanter zu gestalten. Möglichkeiten gibt es ja viele, ne? Oh ja. Ja, also dass Ada sterben muss, das war ja eigentlich schon vor Anfang an klar, mit seiner Beziehung zu Sauron. Ich hätte es auch ganz cool gefunden, durchaus, wenn man ihn noch ein bisschen länger hätte am Leben lassen können. Aber ich bin jetzt auch relativ fein damit, dass er jetzt auch weg ist, sag ich mal, und jetzt Sauron da seine Revenge bekommen hat. Und jetzt endlich mal Sauron auch mal der dunkle Herrscher wird und die Orks befehligt und jetzt nicht nur über das Heden ziehen, über Ada dann, genau. Also Sven hat ja gerade schon gemeint, dass, also ich hätte mir auch vorstellen können, dass man da einfach noch viel mehr, ja, innerparteiliche Konflikte mit Ada haben könnte. Also man merkt ja, da sind manche Orks nicht amused, dass sie wieder in den Krieg sollen und manche wiederum dann wahrscheinlich kriegslüstern. Also da hätte man viel mehr draus machen können. Ich hätte mir einfach gewünscht, dass wir wirklich mal so eine, so eine, ja, innerparteiliche Perspektive auf die Orks bekommen, dass die auch eben gespalten sind, dass sie dran zweifeln, ob Ada noch wirklich so den richtigen Weg verfolgt, etc. Weil, ja, das wird irgendwie alles so im Hintergrund aufgebaut und dann lädt sich dann zum Schluss. Aber es ist mir zu wenig. Und was für mich leider auch zu drüber ist, dass die Orks echt schon so ein bisschen, also ich weiß noch, das hatte ich, glaube ich, ja auch bei euch auf dem Server geschrieben, Maurice, und hatte dann, glaube ich, auch ein bisschen Contra bekommen. Aber ich hader wirklich damit, dass die Orks hier fast schon so als so eine missverstandene, unterdrückte Minderheit irgendwo schon verkauft werden. Also im Hinblick auf, ach ja, die wollen ja nichts Böses, die wollen ja nur in ihrem Mordor bleiben und wir, wir, weißt du, als ob Orks wirklich in Frieden leben würden. Und dann auch halt wieder im Hinblick auf liebende Familienväter und so mir, das ist mir zu viel. Ich fand es zwar interessant, wie man die Orks dargestellt hat, auch in der ersten Staffel vor allem, aber hier war mir das teilweise too much, beziehungsweise das habe ich einfach nicht gekauft. Ähm, auch nicht unter dem Aspekt, dass Sauron den, den das dann natürlich irgendwann auch so Stück für Stück ausgetrieben haben mag, so über die Jahrhunderte. Aber, äh, ich weiß nicht, auch im Hinblick auf Adar hätte man da noch viel mehr draus machen können. Also das ist einfach, äh, da merkst du auch, glaube ich, die haben nicht damit gerechnet, dass die Figur Adar so gut ankommen würde. Also, du hast auch bei einem, bei einem Post, wo Joseph Maul, äh, erklärt hat, er ist, er ist raus. Da hast du auch so, so, äh, irgendwie zwischen den Zeilen, sage ich mal, rauslesen können, dass er wohl selber überrascht war, äh, äh, dass er so zum, zum Fan-Favorite wirklich wurde in der ersten Staffel. Und deswegen finde ich es leider vergeudet. Also, der muss jetzt nicht noch die riesen Backstory kriegen, die wird ja auch so angedeutet, das ist ja auch nicht ganz verkehrt. Aber da hätte man, ich weiß nicht, den hätte man noch eine Staffel leben lassen können oder so, finde ich. Also ich, ich finde auch, der wird mit Sauron selber als Gegenspieler, wird der viel zu wenig auch konfrontiert in dieser Staffel. Sauron kriegt dann halt am Ende so nach Julius Caesar-Art seine Rache an ihm, äh, wie es halt vorher bei, bei ihm gemacht wurde. Aber wer ist dann da eigentlich auch nicht? Ja, ich finde, bei den Orks hätte man es, äh, oder ich finde die, die, die Showrunner oder wer auch immer, die hätten da, waren da schon relativ auf dem richtigen Weg, haben es dann aber doch ein bisschen verhauen mit den Orks. Ähm, und zwar gab es ja schon auch in den Büchern halt diesen Riesenkonflikt der Elben halt, muss man dazu sagen, der Elben, äh, die halt nicht so richtig wussten, wie man mit Orks jetzt eigentlich umgeht, weil der Legende nach wurden sie ja durch, sind sie konkurrierte Elben oder gefallene Elben oder daraus hervorgegangen und ein bisschen elbischen Anteil haben sie dann halt trotzdem immer noch, weshalb dann in den Büchern viele Hochelben dann eben auch gesagt haben, jo, dass man gefangene Orks halt mit aller Güte behandeln sollte. Genau, die halt so behandeln sollte, als wären es gefangene Elben. Ja, ist in der Serie jetzt halt ein bisschen von der anderen Seite her aufgemacht worden, dass eben die Orks, äh, halt nicht komplett böse sind und doch irgendwie nur ein Leben haben wollen. Mhm. Wobei das eigentlich nur die Perspektive der Elben auf die Orks war und die Orks sind wirklich keine vollkommen böse waren und unwillderbringlich halt böse durch Morgoth halt. Mhm. Na, die Orks haben ja auch nicht wirklich einen eigenen Willen, äh, in der, in der Vorlage. Also ich glaube auch schon bei Morgoth, ne, also bei Sauron ist es ja glaube ich so, dass, äh, äh, ist ja ganz charakteristisch die Szene am schwarzen Tor, sowohl im Buch als auch bei Peter Jackson so relativ, dass sobald halt der, der böse Wille und das, das Auge Saurons, was sie antreibt, von ihnen abgezogen ist, dass sie dann eigentlich nur willenlose Befehlsempfänger sind, ne, und wenn sie dann halt keine kriegen, dass sie dann auch nicht wirklich so selbstständig handeln können in dem Moment zumindest. Na gut, einen eigenen Willen haben die meistens schon. Also jetzt bei Sauron, bei der einen Szene, die du jetzt meinst am schwarzen Tor, da war es halt vor allem, dass die Kommandeure halt so sehr unter der Herrschaft Sauron und halt permanent unter seinem Blick und, äh, von seinem Willen halt gelenkt worden sind, dass als er sich dann von denen los, äh, gesetzt hatte, dass sie dann, äh, nichts mehr machen konnten und dann deswegen die ganzen Truppen halt übereinander gelaufen sind und nicht mehr wussten, was jetzt abgeht und so. Äh, aber jetzt nicht alle, alle Orks per se an sich. Im ersten Zeitalter, da gab's tatsächlich Orks unter Morgoth, die überhaupt keinen Willen hatten, die dann wirklich nur Marionetten waren und nur dann agieren konnten oder wenn Morgoth halt mit seinen Gedanken bei ihnen war und das dann halt tatsächlich wirklich einfach wie so Roboter halt waren, die sich dann auch im Gleichschritt mit gleichen Bewegungen geliegt haben, ähnlich wie die Elben aus der Hobbit, die Elbenarmee, äh, nur halt noch Synchroner wahrscheinlich. Genau. Disziplinierte Orks. Ja. Und, ja, ansonsten hat ja Sauron über das zweite und dritte Zeitalter hinweg immer neue Ork-Rassen auch gezüchtet und immer mehr Menschen und Menschenvölker da mit hineingezüchtet, sodass der menschliche Anteil immer größer wurde und letzten Endes somit halt die Orks vom dritten oder vom Herrn der Ringe dann auch zum Größen der Menschen sind und auch einen kommenden eigenen Willen auch haben. Da gibt's dann ja auch nur eine Szene, die Sam da, glaube ich, beobachtet, in der auch Orks über das Desertieren reden und eigentlich keinen Bock auf den Krieg von Sauron haben. Da haben sie das da wahrscheinlich sogar ein bisschen mit recycelt, ne, aber... Ja, genau. Das hatte ich mir auch gedacht, als ich die Szene in der Serie gesehen habe. Weil es auch wieder zwei Orks waren, die dann desertiert sind, ähnlich wie die Szene in Herr der Ringe waren. Es sind auch zwei Orks, die sich unterhalten haben. Ja. Aber das ist vielleicht ein ganz gutes Stichwort. Recyceln. Wir hatten es ja schon angesprochen, bei den, vor allem bei Tom Bombardier, fällt es sehr auf. Aber es ist noch deutlich mehr, ne? Und es ist schon wirklich, also die vierte Folge, da würde ich wirklich so weit gehen, das ist eine reine Fanservice-Parade gewesen. Und die hat leider bei mir auch überhaupt nicht gezündet. Also unabhängig davon, dass ich Tom Bombardier schauspielerisch ganz okay fand, aber die Grabe und Holde, ja, waren gut gemacht, aber die Szene hat für mich keine richtige Spannung oder sonst was entwickelt. Da ist halt so die Frage im Hinblick auf Fanservice, wie viel kann man da noch, also wann wird es einfach zu viel? Ich meine, es ist ja nicht grundsätzlich verkehrt. Du hattest ja auch schon gemeint, es gibt ja wirklich auch einige Anspielungen in den Szenen mit Annatar, Kelly Brimbo etc. Aber ja, das sind halt auch so, du hattest ja auch schon im Vorgespräch gemeint, dass du die Serie auch teilweise mit deiner Freundin geguckt hast und die dann wahrscheinlich bei einigen Sachen nur so Bano verstanden hat. Ja, genau. Also das ist halt das Schade oder das, was halt wirklich schade ist an der Serie, dass es wirklich, wirklich viele Details gibt und Anspielungen auf die Bücher und Geschichten aus dem ersten Zeitalter und Herr der Ringe und so weiter und so fort. Aber die versteht man halt wirklich nur, wenn man diese ganzen Bücher halt gelesen hat und die ganzen Fans, die das eben nicht gemacht haben, die meinetwegen auch oder auch nur Herr der Ringe kennen, die nur Herr der Ringe und der Hobbit gelesen haben, auch die verstehen da schon die Hälfte der Anspielungen und der Easter Eggs einfach nicht. Und dann sind das halt oder kommt es halt häufig wie einfach irgendwelche banalen Dialoge rüber oder halt sehr triviale Dialoge, die halt nicht wirklich was aussagen, weil man halt einfach die Anspielungen nicht versteht und das ist halt sehr schade. Mag aber auch natürlich, damit zu tun haben, dass die Serie einfach wirklich sehr wenig Rechte hat. Und sie dann deswegen halt versuchen halt ja, das zu nutzen, was sie haben, halt leider häufig auch falsch. eben mit den Grabwichten oder mit dem Monster, was da Isildur und Arondir verschluckt da im Sumpf auf einmal, was dann ein namenloses Wesen sein soll. Also da merkt man halt, man versucht wirklich alles aus den Büchern, aus den Herr der Ringe Büchern noch rauszuholen, was die Peter Jackson Filme nicht gemacht haben, sie nicht genutzt haben. Tom Bombardier, die Grabwichte, die namenlosen Wesen. Ja, ja. Alles in einer Folge vor allem, ne? Fällt schon sehr auf. Genau. Ja. Genau. Und es ist halt, es ist halt wirklich, aber ja, es ist halt für die Wortwahl, aber halt auch sehr dahingerotzt. Ja, muss ich jetzt mal so ehrlich sagen, ja, weil die Grabwichte, die sind super scary, das sind eigentlich die Horrorgestalten schlechthin, super mächtig. Und ich hab, keine Ahnung, ich hab mich jetzt null gegruselt oder ich hab mir jetzt auch null vorstellen können, wie ich mich da hätte gruseln sollen. Die waren in sehr bunten Farben, kamen die da an. Ja, waren halt ein kleines Problem. Eine Sekunde später kommt Elrond mit der Lösung. Ja. Die ja einfach so weiß. Die ja einfach so weiß, ne? Also das ist so. Genau. Und die darüber hinaus auch, komm, was falsch ist, mit den Büchern, aber ist ja auch egal. Man, also, man hätte hier einfach grundsätzlich viel gruseliger und angsteinflößender darstellen können. Diffuser. Diffuser. Gar nicht mal so wirklich, vielleicht nur so als leuchtende Augen in der Dunkelheit und auch halt, dass die, ah, dass sie dann halt auch die Bezeichnung wissen, dass es Grabunholde sind. Lass sie doch einfach auftreten und dann lass das so im, im Mystischen für die Leute, die das nicht kennen und die, die halt das Herr der Ringe geläufig haben, die denken sich, oh, this one, ne? Aber das alles so, so auszuformulieren ist halt, ist halt echt furchtbar an der Stelle. Also, das hat mich, mich enttäuscht, aber da sind wir auch, glaube ich, schon bei einem ganz großen Mienenfeld bei dieser Serie, nämlich den Dialogen. Die sind ja insgesamt schon besser geworden und man merkt gerade auch, dadurch, dass Galadriel zurückgefahren wurde, dass sie durchaus die Kritik an der ersten Staffel verstanden haben. Das Problem ist nur, dass Galadriel jetzt gefühlt eigentlich auch nicht wirklich viel zu tun hat beziehungsweise, was mich richtig stört an ihr in dieser Staffel, ich meine, die kommt am Anfang der Staffel an und denkt sich so, oh, ich habe Mist gebaut, hier, ich will das alles wieder gut machen und dann steckt sie sich einmal diesen Ring an den Finger, der ihr rein zufällig vor die Füße gekullert ist und ach ja, ja, ich höre jetzt nur noch auf das, was der Ring mir sagt und der Rest ist eigentlich völlig egal. Also dadurch wird die, in meinen Augen zumindest, zu einer wahnsinnig passiven Figur, die mir, ich meine, in der ersten Staffel habe ich sie wirklich gehasst am Ende, kann ich nicht anders sagen. Hier ist sie mir wahlweise ziemlich, ziemlich egal oder ja, sie ist halt da. Ich weiß nicht, Sven, wie hast du das denn wahrgenommen, was sie mit ihr in der Staffel anstellen gegenüber der ersten? Also in der ersten ging sie mir eigentlich hauptsächlich mit ihren Slow-Mo-Pferde-Action-Shots auf die Nerven. Das haben wir hier ja so gut wie gar nicht. Ich finde es ganz angenehm, dass sie sie zurückgefahren haben, weil ich finde, es gibt auch in der Staffel so ein bisschen wichtigere Teile, die sie zeigen oder hätten besser ausarbeiten sollen. Was mich auch bei, wenn du gerade auf den, auf die Ringe zur Sprache kommst, da hätte ich mir tatsächlich einen langsameren Aufbau gewünscht. Einfach zu zeigen, was der Ring mit, jetzt nehmen wir auch mal hier Gil-Galat dazu, was er mit den beiden anstellt. Also es kommt ja immer wieder mal zur Sprache, ob du auch, hast du auch Visionen? Ich, nein. Und da hätte ich mir tatsächlich einen langsameren Aufbau über mehrere Folgen gewünscht. Einfach um so einen schleichenden Prozess, wie jetzt auch bei Kelly Brimboer, der ja auch schon ein bisschen geraffter ist, aber der ja trotzdem eine andere Wucht hat. Da hätte ich es mir ein bisschen mehr gewünscht. Ansonsten fand ich es, ich hasse sie nicht. Sie ist mir, ja, ich muss es, ja, sie ist mir manchmal so ein bisschen egal, aber durch die Zurücknahme ihres Charakters in der Staffel und was ich finde, was wirklich gut funktioniert hat, war Ada und sie im Zwiegespräch fand ich spannend. Das war, das war gut gemacht, das war, das war eine tolle Szene. Ja, aber ich finde so, in dem, in dem Pensum ist es okay. Aber wie gesagt, ich hasse sie nicht. Sie ist mir, ja, teilweise ein bisschen egal. Ja, ich habe sie auch nur gehasst in der ersten Staffel. Das, das, muss ich, muss ich zur Verteidigung sagen. Ich weiß aber auch, Maurice, ich hatte letztens vor einigen Wochen nochmal euer Staffelfazit zur ersten Staffel gesehen. Lang ist es her und da sagt, glaube ich, dein lieber Kollege Philipp, der übrigens eine wirklich tolle Stimme hat, Kudos an den, eine regelrechte Katastrophe ist aber Galadriel, heißt es in dem Video. Wie hat sich das denn bei dir jetzt so entwickelt gegenüber der ersten Staffel oder war sie für dich da vielleicht gar nicht so eine Katastrophe? Ne, sie war schon in der ersten Staffel eine ziemliche Katastrophe von der Darstellung her. Ich finde, Galadriel hatte in der ersten Staffel einen sehr tollen Moment mit Theo, als sie ihm nämlich ihr, also das war nachdem, nachdem ihr Schicksalswerk ausgebrochen ist, sie hatte da ihr tolles, traumatisches Erlebnis und danach in Folge sieben glaube ich, da ist sie dann mit Theo unterwegs und gibt ihm am Ende dann ihr Schwert und ich finde, das hätte einen sehr tollen symbolischen Charakter gehabt und halt generell, ja, und ihren Charakter halt auch sehr weit weitergebracht, wenn sie so jetzt einfach ihre Kriegslaufbahn abgebrochen hätte oder aufgegeben hätte, ihr Schwert abgegeben und jetzt dann einfach über die nächsten Staffel hinweg dann zu weisen Elbin hätte werden können oder sich entwickeln können, die dann eben, so ist sie in Herdevinger und eben nicht mehr kämpft und halt im Hintergrund agiert oder halt als Herrin halt und dass das jetzt aber komplett aufgegeben wurde und sie jetzt in Staffel 2 weiterkämpft, als wäre ja nichts gewesen, das ist halt für mich eine wirklich sehr vertane Chance einfach. Klar, jetzt hat sie halt ihren Elbenring und wird so ein Stück weiser oder kriegt halt Vision und kann vielleicht deswegen ein paar Sachen besser verstehen, dies, das, aber es ist halt alles sehr durcheinander, davon abgesehen, dass die Elbenringe so tatsächlich nicht funktionieren in den Büchern. Verstehe ich auch nicht, warum der Ring des Wassers förmlich neuerdings heilen kann. Ja und irgendwie können alle magischen Gegenstände in der Serie in die Zukunft schauen. Der Palantir kann in die Zukunft schauen, was er auch nicht kann eigentlich. Die Elbenringe können in die Zukunft schauen. Klar hat ein Elben und gerade Elrond, der konnte sehr gut die Zukunft vorhersagen und hatte auch Visionen von der Zukunft. Aber das lag halt mehr daran, dass er einerseits ein Hochelb war und andererseits von Melian abstammte, also einer basically Göttin. wird ja in der Serie auch ganz kurz erwähnt von Adan. Genau, genau. Aber können wahrscheinlich auch nur Lore-Kenner was mit anfangen, ja. Ja. Ansonsten gern die Videoanalysen schauen, da ist viel, viel Interessantes bei. Genau. Und ansonsten ist Galatria in der zweiten Staffel, ja, halt basically wie in Staffel 1, meiner Meinung nach. Mit weniger Screentime. Ja, genau. Also sie ist ja ansonsten immer noch, hatte einige Action-Szenen, ist immer noch viel im Kampf und ich hoffe halt, dass es jetzt endlich mal in Staffel 3 dann besser wird. Ja, mal gucken. Mal gucken. Also ich bin echt gespannt, wie es dann letzten Endes die Charakterentwicklung von der Kriegerin zur weisen Elben halt hinkommen soll oder ob es halt so, ob es Amazon so macht oder den Weg so geht, dass Galatria die ganze Zeit mit aktiv dabei ist im Kampfgeschehen und dann erst am Ende von Staffel 5 sich so denkt, ja, nee, jetzt doch nicht mehr. Da bin ich mal gespannt. Genau, mal gucken. Sie brauchen, sie brauchen ihre Slow-Mo-Kampf-Szenen mit der, die ich sowas von, oh, die finde ich sowas von langweilig teilweise. Also es ist, es ist nicht ganz so schlimm wie in der ersten Staffel und sie kommt hier auch nicht ganz so, ich benutze jetzt mal diesen blöden Begriff Girl Bossy rüber, aber es gibt immer noch so Momente, wo das aufflammt. Aber wie gesagt, sie ist mir über weite Strecken eigentlich ziemlich egal, sie ist ja auch teilweise echt so die Dämpse in Distress, also wo sie halt dann in der Gewalt von Adar ist. Das sind noch so mit die besten Szenen, den Kuss finde ich leider immer noch absolut furchtbar. Nicht nur im Hinblick auf die Lore, sondern auch, also Bam McCurry hat da wirklich komplett reingeschissen, wie ich finde. Entschuldigung, wenn ich das so ausdrücken muss. Du hattest aber gerade auch Elrond erwähnt. Von dem bin ich persönlich in der ersten Staffel, ich bin jetzt nicht ein Fan gewesen, aber ich mochte die Chemie zwischen Durin und ihm. Und A, hat er mit Durin in dieser Staffel, sagen wir mal, zwei Szenen? Und B, also das haben sie nicht ausgespielt, diese Stärke, und dass das eben gut ankam. Und zweitens, er hat irgendwie, also über weite Strecken habe ich das Gefühl, dass sie sowohl mit Galadriel als auch Elrond nicht wissen, was sie mit denen anfangen sollen. Bei Elrond hast du wirklich das Gefühl, der Plot muss jetzt irgendwie rumkommen, bis es dann Zeit ist, für ihn nach Eregion zu gehen. Und in der Zwischenzeit hetzt er eigentlich nur durch die Gegend. Und es hat auch keinerlei Konsequenzen, was er tut. Also ich meine, der geht da direkt am Anfang bei Gil-Galad hochverrat. Ja, Konsequenz, gar nichts. Dann heißt es wieder, der König vertraut ihm blind und bla bla bla. Dann werde ich auch nicht schlau daraus, was er jetzt eigentlich wirklich ist. Ist er jetzt der Herald des Königs, warum ist er da nicht geritten? Ist er der Heerführer? Wie kam es dazu? Also in der siebten Folge ist er dann plötzlich einfach der Heerführer, wovon vorher nie die Rede war. Und als Politiker haben wir ihn vielleicht mal in Staffel 1 gesehen. Da ist einfach viel Behauptung. Und dann weiß ich nicht, hetzt er eigentlich die halbe Staffel nur quer über die Karte. Also einmal halt von Lindon nach, ja gut, hier Graue Anfurten, das ist ja glaube ich nicht weit, das kann man noch durchgehen lassen. Und da kann ich mich euch anschließen, ich mochte Kierdan tatsächlich sehr gerne in der Serie. Ja, das stimmt. Den fand ich wirklich gelungen. Also der ist, der darf gern wiederkommen, aber dann auch wieder gern mit Bart. Also wie Elrond dahin, dann von Lindon so halt nach Eregion, dann von Eregion wieder nach Lindon laufen, um den König zu sagen, dass er jetzt angegriffen wird. Und dann kommt er, warum auch immer, von Lindon ohne Probleme nach Kasadum. Also das ist weh, das ist schon Schnellreisefunktion, was er macht. Und das kaufe ich einfach irgendwann auch nicht mehr. Und dazwischen hat er auch nicht viel zu tun, zumal für mich, und das ist auch ein ganz großes Problem bei Elrond für mich, dieser ganze Plot, dass er den Ringen misstraut, der funktioniert für mich nicht. Tatsächlich. Ja, ich find's auch schwierig, vor allem, weil, weil's halt diese Kierdan-Figur jetzt eben gibt in Staffel 2. Und Kierdan jetzt so der weißeste Elbe und selbst gegadert hat, Respekt vor ihm und vertraut ihm und sowas. Und Kierdan sagt oder spricht zu ihm, ja, er wollte die Ringe vernichten, hat sich jetzt doch dagegen entschieden, plötzlich überzeugt oder will Elrond davon überzeugen, dass die Ringe halt wirklich gut sind und, ja, dass Elrond ihm dann einfach trotzdem nicht glaubt und, ja, dann bis zum Ende, bis zu Folge 8 halt wirklich braucht, um dann, ja, endlich mal die Ringe auch, äh, zu akzeptieren. Ja, gut zu binden, zu akzeptieren, genau, und dann auch Finger zu stecken. Also, ja, das hätte man meiner Meinung nach kleiner halten müssen oder spätestens nach dem, er mit Kierdan geredet hatte und da seinen Umgang hatte, hätte das Ganze, ja, fertig sein gemusst. Ja, aber du brauchst jetzt halt einen künstlichen Konflikt zwischen ihm und Galadriel irgendwie. Also, für mich funktioniert das allein deshalb schon nicht, weil, also, ich bitte dich, er war dabei, als die Elbenringe geschmiedet wurden. Er hat das Mithril selber in den Topf geworfen oder was das auch immer war. Er war in das alles involviert, er hat dem beigewohnt, er weiß auch ganz genau, also, das verstehe ich bis heute nicht, warum er da erzählt, ja, Halbrand hat wochenlang mit Kelle Brimbo zusammengearbeitet, also, ich meine gut, wie die Serie Zeit darstellt, das ist eh nochmal ein ganz eigenes Kapitel, was wir heute vielleicht gar nicht mehr aufschlagen, aber wirklich, das funktioniert für mich nicht, also wirklich gar nicht und dass sie das dann so bis zum Gehtnicht mehr dann durchzelebrieren, das dann auch irgendwie als Konflikt oder als Streit, was auch immer zwischen ihm und Galadriel, das geht für mich gar nicht auf und das ist ziemlich schade, weil ich den Schauspieler von Elrond gar nicht mal schlecht finde, aber, tja, sie wissen nicht so wirklich, was sie mit dem anfangen sollen und mit Durin hat er nicht so viel zu tun in dieser Staffel, weil die Szene fand ich gar nicht schlecht, wo die sich wiedersehen, auch wenn das halt, ja, Elrond hat sich mal eben so nach Moria gebeamt, ne? Ja, ich habe trotzdem das Gefühl, dass sie gerade bei Elrond jetzt doch so den richtigen Weg gehen mittlerweile, also ist natürlich die Frage, eine Staffel 3 kann viel Schlimmes oder Schlechtes auch noch geschehen, aber zumindest ist jetzt Elrond erstmal in Bruchtal und ist ja zumindest einer der wenigen Personen, die jetzt wirklich da sind auf der Landkarte, wo sie zu dem Zeitpunkt der Geschehnisse wirklich sein sollen und genau, also man kann nur hoffen, dass es da jetzt so bleibt und er jetzt endlich mal dann seinen richtigen Weg geht und seine Charakterentwicklung da durchlebt. Ja, wir werden es sehen, wobei ich muss zugeben, also auch wenn ich von der Staffel insgesamt ja, ernüchtert bin, drücken wir es freundlich aus, diese Szene am Ende in Bruchtal, die hatte schon so ein bisschen was Hoffnungsvolles tatsächlich, die fand ich gar nicht mal so verkehrt, auch wenn ich weiß, dass du, hattest du ja im Vorgespräch schon gemeint, du regst dich ja darüber auf, dass ausgerechnet Gil-Galat, der eigentlich nie ein Schwert hat, da ein Schwert hochhält, ne? Ja, also was das aufregend, also das ist halt, ich meine, das ist eine Gleichheit, man hätte, ich verstehe nicht, warum er da jetzt auch einmal ein Schwert bekommen, er hätte auch einmal sein Schwert hochrecken können, aber letztendlich das ist die Szene die war schon ziemlich gut gemacht, fand ich auch. Ja, ist auch schön, dann Bruchtal jetzt als Setting eventuell dann auch zu erleben. Ich möchte nochmal, auch gerade, weil wir doch auch relativ negativ über die Serie reden, ich möchte nochmal nochmal, dass das CGI und die Kamera fahre, nochmal sehr hochloben, also mir fallen gerade speziell zwei Kamera fahrenden ein, einmal die, ich glaube in Folge 2 oder 3 ist das, die in Moria reingeht oder eine gefühlt Minute lang ist und die ganze Gärten zeigt und so, die war toll, die ist unglaublich lang und dann auch eine zweite, wo dann Regen rüber geht und dann über den Fluss rüber zu der, zu Ardams Armee, die sich gerade aufstellt. Also ich habe jetzt natürlich nicht unglaublich viele Serien geschaut bisher, in meinem Leben und jetzt auch nicht so viele Fantasy-Serien, aber das sind halt doch so Sachen, die ich doch bei keiner anderen Serie bisher so gesehen habe und jetzt gerade mal, wenn man das mit House of the Dragon vergleicht, dann gerade bei dem Punkt merkt man schon oder da sieht man zumindest das große Budget, aber auch, dass sich da einfach viele Artists einfach hingesetzt haben und da wirklich Bock dran hatten und da einfach eine sehr gelungene Sache wirklich gemacht haben. Also das möchte ich nochmal highlighten. Obwohl ich bei House of the Dragon schon dezent widersprechen würde, weil die hat wirklich gerade in Staffel 2 richtig tolle Plansequenzen gehabt, die aber immer nur unter einer Regisseurin zustande kamen, aber da darf man gerne in unsere Recaps reinhören zu. Da kann ich mich dir aber auch anschließen, also technisch ist das schon handwerklich auch gut gemacht. Kamerafahrt, also die in Moria rein ist mir definitiv im Gedächtnis geblieben, die war wirklich gut. Und auch so Shots von Numenor waren schon toll. Keine Frage, also auch von Kostüm, vom Setdesign her ist das alles wirklich auch gut. Keine Frage, da sieht man schon das ganze Geld, aber ja, wenn ich halt so das Gefühl habe, dass ich mit vielen, vielen, vielen Charakteren einfach nicht richtig bonden kann, dann kann das halt alles noch so schick aussehen. Wenn es halt so emotional für mich schwierig ist, dann ist es so eine Sache. Aber so, so rein von der technischen Umsetzung her ist das schon, ja, doch gut gemacht. So ist es nicht. Auch wenn ich wirklich so, was die Regie angeht, ich weiß nicht, wie du das wahrgenommen hast, Maurice, das war hier förmlich ein Running Gag in den Recaps, also zumindest, dass ich das Gefühl oder wir auch hier insgesamt das Gefühl hatten, dass jede Folge, also wirklich absolut jede, vielleicht sagen wir mal bis jetzt auf die siebte eventuell noch, dass die alle den richtigen Absprung verpassen zu enden und in den Abspann überzuleiten. Also, dass da das Pacing auch echt nicht gut ist, weil du hast wirklich das Gefühl, da ist die Schlussszene, da wäre jetzt der perfekte Moment zu cutten und da kommt noch was und da kommt noch was und da kommt noch was. Oder wie, wie habt ihr das wahrgenommen? Boah, das ist, da habe ich mich jetzt gar nicht, da kann ich jetzt gar nicht viel zu sagen, also, ich weiß auch gar nicht, wie Folge sieben eigentlich endet, gerade, fällt mir gerade so auf. Mit Adar, der den Ring hochhält von Elrond. Achso, ja, das stimmt. Das war ein guter Cliffhanger, aber die restlichen, also das Ende von Folge acht, das finde ich auch gut, das ist ja da, das eben mit den Elben im Bromteil. Genau. Jetzt von den anderen Folgen habe ich auch nicht wirklich gerade im Sinn, was da, oder im Bild, was da die Enden gerade waren. Habe ich auch nicht wirklich drauf geachtet, muss ich ehrlich sagen. Ja, du hast es ja auch, vielleicht liegt es auch daran, dass du die Folgen auch so relativ im Binge-Verfahren geguckt hast, ne? Ja, genau. Da spürt das dann auch mal gerne, ja. Ja, das mag dran liegen. Ja, aber also das, das fiel mir wirklich negativ auf. Da, ich meine, wir haben ja durchaus kompetente Leute hinter der Kamera, aber von einigen bin ich dann da doch leider auch, also vor allem Charlotte Brandstrom bin ich da dann doch mittlerweile ein bisschen enttäuscht, was schade ist, weil es ist eine wirklich versierte TV-Regisseurin. Aber lasst uns zum Ende kommen und da vielleicht eben noch mal einen Blick vorauswerfen, was denn jetzt so in Staffel 3 anstehen könnte. Maurice, da bist du ja so der Fachmann. Was könnte uns denn noch so erwarten aus der Vorlage? Und also du, ja, gut, so massiv spoilern vielleicht nicht für diejenigen, die es nicht kennen, aber versuch es mal so ein bisschen einzugrenzen. Okay, also, ich habe es schon gehört und ich glaube, es ist mir mittlerweile auch schon relativ sicher, dass die dritte Staffel hauptsächlich von Númenor handeln wird und eben wie das Königreich halt jetzt weiter hin aussteigt und dann eben auch zugrunde kommt und letztendlich dann eben auch die Getreu nach Mittelerde kommen und dort Arna und Gondor gründen, wie es dann eben auch dann im Herrn der Ringe noch Gondor existiert. Was aber auf jeden Fall in Staffel 3 kommen muss, ist das Schmieden des einen Ringes. Darauf freue ich mich schon sehr tatsächlich. Ist jetzt zwar leider schon zur Hälfte kaputt gemacht worden, dadurch, dass alle Elben jetzt schon Zauns vorrat kennen und wissen und dadurch ist der eine Ring eigentlich auch zur Hälfte hinfällig. Oh weia. Wenn man sich da einfach mal an die Buchverlage gehalten hätte, da wussten die Elben halt nicht, dass sie von Zaun hintergangen worden sind, bis er den einen Ring geschmiedet hatte und dann aufgesetzt hatte und sie halt spürten, dass er versuchte sie zu kontrollieren. Das hätte man ziemlich cool umsetzen können. Definitiv. In der Serie jetzt halt leider nicht mehr, aber ich erwarte trotzdem, dass es eine tolle Szene oder eine tolle Szenensequenz geben wird, wo der einen Ring geschmiedet wird und was dann natürlich auch noch kommt, ist Zauns Festung Barad-Dur, die wird dann auch noch geschmiedet werden oder gefertigt werden in Staffel 3. Die baute er auch über mehrere Jahrhunderte, glaube ich. Genau, das sind so die Highlights. Das würde mich schon reizen, wie er Barad-Dur errichtet, aber ich könnte mir vorstellen, die Öffnungsszene der dritten Staffel ist wirklich Zaun schmiedet den Ring und hat den einmal auf und hebt dann so den Arm und entsteht dann im Hintergrund Barad-Dur so in einem. Das würde ich sehr sehr zutrauen. Kann man machen, je nachdem wie sie es umsetzen, würde ich das aber auch ganz gut feiern. keine Ahnung, klar, wenn wir es jetzt in 5 Minuten machen, abhandeln, wäre kacke, aber wenn wir so einen schönen Prono machen, wie jetzt in Staffel 2, der dann auch so schön 20 Minuten lang geht oder so, da kann man das schon ganz gut machen, denke ich. Was mir noch gerade einfällt, die Nasskuhl, die werden ja dann noch kommen, und darauf habe ich auch schon sehr viel Bock. Und es gibt auch schon einige Charaktere, die so potenzielle Nasskuhl Kandidaten sein könnten. Ja, das hatte ich schon gehört irgendwie, aber bitte nicht kämen. Das ist einfach safe einer, ne? Nein, oh Mann, der ist wirklich, das ist die größte Arschlochfigur der ganzen Serie. Richtig, aber dadurch kann er ja ein guter Nasskuhl aber doch nicht so ein Lulatsch, ey, das ist furchtbar. Okay, er kann Nasskuhl werden, aber nicht der Hexenkönig, bitte. Bitte, bitte, bitte. Ja, bei den Nasskuhl frage ich mich eh, ich meine, da ist ja, oder du hast ja von mehreren Charakteren gesprochen, wer käme denn da für dich noch in Frage, außer Kämen? Na, man, oder aus den Büchern weiß man ja, dass einer der Nasskuhl auf jeden Fall Ramul war, ein Ostling und also die Gefolgsleute da vom dem dunklen Zauberer, der jetzt vielleicht Saruman ist, weiß man ja nicht, von denen ist jetzt ja bisher nur der Anführer gestorben. Und von denen könnte also jeder andere noch für eine Nasskuhl in Frage kommen, potenziell. Was ich ganz cool fände, also klar, ein paar Auslinge, why not, ein paar Haradrim würden, oder sind in den Büchern auch noch zu Nasskuhl geworden und halt drei Numenora. Ja, bei den Numenoran ansonsten, also, außer Kämen, keine Ahnung, vielleicht kommen dann noch neue Charaktere auf. Ich hoffe wirklich, dass es nicht Theo wird. Aber Theo, der ist jetzt auch schon von Arondie als Herr von Peladier genannt worden, zwischenzeitlich, was gar nicht passt. Also ich hoffe, ich hoffe es wirklich nicht. Aber ich weiß, ich wüsste auch nicht, warum man Theo sonst am Leben lassen sollte, wenn er jetzt Kandarskuhl wird. Es gab doch, in Staffel 1 gab es tatsächlich noch Fan-Theorien, die ich gar nicht mal so abwegig fand oder zumindest für sich genommen spannend, dass Theo eventuell irgendwann zu Saurons Mund hätte werden können. Aber mittlerweile sehe ich das nicht mehr. Also ich will es nicht hoffen, ich will Theo einfach nur weghaben. Und Kämen, ja gut, mal abwarten. Aber also ich hatte, ich meine gut, jetzt da sind sicherlich so Sachen, wo man das reinlesen kann, ich fand diese Szene auch im Nachhinein echt random, wo Pharrason zu Kämen sagt, ja deine Mutter hat das und das prophezeit. Also, das ist das für ein Arschloch-Vater. Aber ansonsten habe ich den Eindruck, jetzt so oberflächlicher betrachtet, dass es echt nicht viel Bild abgibt für Dinar-School. Weiß ich nicht, also wir kennen ja von den Menschen wirklich bisher kaum was so wirklich, sage ich jetzt mal, an Königtumern, Königreichen. Also das Einzige, was wir kennen, ist Numenor, den König der Südlande gab es ja nie wirklich oder er gibt es schon ewig nicht mehr. Also da müssen sie echt noch einiges auch aufholen dann jetzt in der dritten Staffel, ne? Ja, ja genau, vor allem wir sind ja neun, neun Ringgäste, da kann man jetzt auch nicht die origin-Story von allen neun da dann zeigen und so. Nee. Also bei Numenoran, da würden wir noch, da würden natürlich noch Farazone in Frage kommen und dann einer Berater da. Also der Berater, bei dem würde es sogar ziemlich gut passen. Ach hier, Belsagar, ne? Genau, genau, Belsagar, genau. Also der würde einen ziemlich guten Nascule abgeben, finde ich. Ja. Farazone an sich nicht, weil der hat eigentlich ein anderes Schicksal, aber wenn sie ihn in der Serie zum Nascule machen, ja, besser als Theo, finde ich. ja, ansonsten, ja, von Ostlingen hat man halt die Viecher, die man jetzt gesehen hat, die, äh, komischen, verfluchten Menschen dort, die würden halt auch gut den Nascule abgeben, keine Frage, irgendeiner von denen kann halt gerne Fürst sein und dann, aber so bei Haradrim und anderen Menschenvölkern ist halt wirklich wenig los, also, ja. Ja, da ist kein, kein Bildamt wirklich, ne? Ja gut, ich meine, bei den Ostlingen, äh, wäre es jetzt auch nicht so schwierig, dass, äh, die, die so zu upgraden, weil, seien wir ehrlich, als Reiter da in der Wüste sind die letzten Endes eigentlich nur eine Variante, also auch im Hinblick darauf, dass sie die Hobbits da jagen und so, es ist eigentlich eine Variation dessen, was man halt, äh, beim Herrn der Ringe hat, ne? Nur halt dann nicht im Auenland. Deshalb wäre das dahingehend vielleicht eigentlich nur ein Update. Ja, also ich, ich sehe da echt noch, äh, sehr, sehr viel, äh, was, was erstmal einfach aufgebaut, etabliert werden muss und ich befürchte einfach, dass sich die Serie, dafür leider nicht die nötige Zeit nehmen wird. Äh, Sven, was, was erhoffst du dir denn so von Staffel 3? Also, Nazgul fände ich cool, ja, das wird mir gefallen. Dann vielleicht eine kleine Origin, wobei, das könnte wahrscheinlich erst in 4 kommen, dann vielleicht vom Hexenkönig, ob sie das noch mit reinnehmen. Mhm. Ansonsten würde ich es mir tatsächlich wünschen, dass es sich wie schon in Staffel 2, die, finde ich auch natürlich durchaus ihre Schwächen hat, aber mich auch, ich habe es auch schon tausendmal gesagt, weiterhin gut unterhalten hat, dass es sich wirklich mehr auf die Hauptplots konzentrieren. Mhm. Ich meine, wir haben es ja schon gesagt, die Haarfüße haben eigentlich ihren Soll erfüllt, die kann man jetzt eigentlich außen weg, und dass man sich jetzt so auf, auf das konzentriert, was halt wirklich Hand und Fuß hat, würde mir sehr gut gefallen. Ich werde sie mir auf jeden Fall reinziehen. Und, ne, ich habe einfach, äh, gespannt gelauscht, was Boris da gesagt hat, und auf das hätte ich auch Bock, ja. Und eine Sache hätte ich sogar noch, und, und zwar wird Anathar in Staffel 3 dann ja sogar noch krasser werden, als in Staffel 2. Sag jetzt einfach mal, ohne was zu spoilern. So mehr kann man eigentlich nicht sagen. Ähm, aber ja, darauf freue ich mich auch. Weil Anathar hat mich halt wirklich überzeugt in Staffel 2. Von daher hoffe ich, dass es in Staffel 3 dann gleich bleibt oder sogar noch besser wird. Das hatte ich noch gar nicht so gesagt, ähm, ausgehend von den Trailern war ich da ja sehr skeptisch, was, Charlie Wickers angeht. Äh, in der Serie selber war es dann jetzt eigentlich schon nicht schlecht. Also sie haben Anathar schon, wenn man sich auch mal so Zeichnungen und so ansieht, oder Fanart, was weiß ich, haben sie Anathar schon gar nicht mal so schlecht getroffen. Also man sieht zwar schon, dass das ein, also der wirkt zwar schon wie ein Elb, aber man merkt so, hinter seinen Augen halt so, da stimmt irgendwas nicht. Na, mich, mich hat so ein bisschen an, ähm, den Pennywise in der alten S-Verfilmung erinnert, wo man halt auch erst denkt, das ist ein Clown, aber irgendwas ist, ist falsch mit dem. Ja, mal abwarten. Also ich kann mir schon denken, in welche Richtung du das meinst, Maurice. Das zieht ja auch schon herauf bei, äh, dem Plot, auf den du das jetzt, glaube ich, bezogen hast, ne? Ja. Ansonsten, äh, ich bin, also ich muss sagen, ich bin high froh, dass jetzt erstmal Pause ist. Ja, same. Ähm, weil, weil Staffel 2 war für mich wirklich, also, ich, ich hab auch gemerkt, dadurch, dass ich ja die Recaps mache und du ja auch, die, die Analysen treffen uns wahrscheinlich irgendwo in der Mitte, dass, dass man sich das halt mehr als einmal ansehen muss. und, äh, ja, die Rewatches tun dem Ganzen bei mir leider überhaupt nicht gut. Ich entdecke wirklich immer wieder neue, neue Ungereimtheiten und sonst was, selbst während ich die Podcast geschnitten habe. Ja, ob ich's mir dann doch ansehen werde, weil ich muss sagen, Adar ist jetzt weg, der Zwergenkönig ist leider auch weg, auch wenn ich den Zwergenplot an sich jetzt noch so mit das Beste finde. Ja, gut, die Nazgul, aber irgendwie hab ich das Gefühl, dass sie die auch verkacken werden. Aber, ähm, ja, mal schauen. Es ist, also, es sind jetzt erst mal zwei Jahre hin und, äh, ja, die Showrunner werden sie wahrscheinlich nicht austauschen, was in meinen Augen eigentlich das Beste wäre, was man machen könnte. Aber, äh, dazu wird's nicht mehr kommen. Äh, aber, was ich hoffe, dass sie jetzt zumindest, also, sie haben's ja bei der zweiten Staffel jetzt probiert. Äh, sie müssen noch mehr von dem konstruktiven Feedback der Fans etc. aufnehmen, in meinen Augen. Das hat hier einfach noch nicht gereicht. Äh, man merkt es, dass in Staffel zwei da zwar durchaus ein gewisser Wille vorhanden ist und auch so leichte Kurskorrekturen, aber das langt einfach noch nicht. Da muss, da muss, da muss noch mehr kommen. Und, also, ja, ich bin hier der Pessimist in der Runde leider. Ähm, äh, also angenommen, man würde es die Showrunner austauschen, diejenigen, welchen, die da zukommen, die müssten ja trotzdem immer noch mit dem Fundament arbeiten, was da ist. Und, ja, die müssten halt erstmal einen Großteil der ganzen, äh, Nebenplots, äh, einäschern, um dann mal irgendwie eine, eine Grundlage zu kriegen, auf der sie auch wirklich richtig gut arbeiten können. Äh, dennoch, am Ende wird bei mir wahrscheinlich die Neugierde über die Vernunft siegen und ich werde es mir trotzdem ansehen. Ob es dann noch mal so ausführliche Recaps hier geben wird beim Tele-Stammtisch, bleibt abzuwarten. Ansonsten wahrscheinlich dann nur noch mit Lasse und Sven. Das dürfte auch sehr interessant werden. Äh, aber Stichwort Lasse und Sven, äh, Sven und auch natürlich Maurice. Ich danke euch recht herzlich für das Gespräch. War echt cool. Ihr da draußen dürft uns natürlich aber auch gerne schreiben, wie ihr die Staffel fandet, äh, was ihr für Erwartungen an die Dritte habt, ob ihr überhaupt noch weiterschaut. Äh, da bin ich gerade so ein bisschen so in der Grauzone, sage ich mal. Aber könnt ihr uns gerne wissen lassen auf tele-stammtisch.de, beim YouTube-Upload und so weiter und so fort. Oder aber auch auf unserem Discord-Server, wo ihr auch gerne mal vorbeischauen könnt. Und da habt ihr auch die Möglichkeit, uns direktes Feedback zu geben. Ansonsten bedanke ich mich nicht nur meinen, äh, bei meinen geschätzten Gästen, sondern auch bei, äh, dem Kollegen Lasse, äh, äh, der, äh, das hier über die ganze Zeit, äh, mit mir, äh, durchgehalten, durchgestanden, ertragen hat. Was auch immer. Bei unserem Chef Andi, dass wir das Ganze hier überhaupt in der Form realisieren durften. Und natürlich auch bei Manuel, der mir bei der Cover-Gestaltung erneut zur Seite gestanden hat. Vielen lieben Dank. Äh, Äh, wer jetzt noch weiter Recaps hören möchte von euch da draußen, kann das gerne tun, äh, nicht zu irgendeiner, äh, mittelalterlichen Fantasy-Serie, sondern zu The Penguin von HBO, der Spin-Off-Serie zu The Batman. Hört ihr gerne mal rein, wenn ihr die schaut. Lohnt sich immer mit einem Haufen Comic-Nerds am Start und ohne Ende. Ja, und, äh, Stichwort Ende, dazu kommen wir jetzt. Echt cool, dass es nochmal geklappt hat, Maurice. Äh, wenn ich die Staffel in zwei Jahren wieder erwarten doch schauen sollte, was wahrscheinlich der Fall sein wird, dann, äh, laden wir dich gerne wieder ein. Ja, vielen, vielen Dank. Vielen Dank. Ich weiß nicht, ich, ich würde ja am liebsten irgendein Video drunter verlinken von euch. Ähm, weil ihr habt echt coole, coole Ideen am Start da, äh, aber wahrscheinlich wüsstest du jetzt so aus dem Stickreif auch nicht, welches da in Frage käme, oder? Also, für Leute, die die Serie jetzt halt, oder passend zur Serie, könnte man natürlich irgendein Serienrevier von uns halt machen. Wir haben ja unsere Folgenanalysen immer zu jeder Folge dann hochgeladen. Ja, ansonsten waren halt auch andere Videos. Das für ein Golfchen-Video von uns ist ganz cool. Das kannst du gerade schauen. Also, also nicht, nicht eins von den Alten. Genau, die, besser die Neuen. Okay. Ja, ansonsten spätestens das Staffel-Fazit von euch, wo ich auch sehr, sehr gespannt drauf bin. Ja, dann würde ich sagen, äh, machen wir hier den Deckel-Drupp. Äh, Sven, echt cool, dass du auch mit dabei warst. Äh, vor allem danke, dass du Lasse vertreten hast. Ja, und, äh, wenn alles so laufen sollte, äh, wie ich es, ja, eigentlich nicht so ausmale für, für in zwei Jahren, dann sitzen wir wahrscheinlich genau wieder um dieselbe Zeit hier und reden über Staffel 3 und vielleicht haben wir dann ja, hab ich zumindest dann für meinen Teil auch mal was Positives zu vermelden, wer weiß. Ja, das wäre doch mal was. Das, das wäre mal was, genau. Die Hoffnung stirbt zuletzt und, äh, Hoffnung ist ja auch so eines der, der, äh, Kernthemen bei Tolkien und damit würde ich sagen, checken wir aus. Ich bin schon raus. Namarie, vielen lieben Dank fürs Zuhören in den letzten Wochen und, äh, damit übergebe ich das Wort zuerst an Sven und unser hochgeschätzter Gast darf natürlich die letzten Worte sagen. Ciao, ciao. Ja, vielen lieben Dank fürs Zuhören und ich sag bis zum nächsten Mal. Tschö, tschö. Genau, tschüss, haut rein und war mir, wie auch letztes Mal, ein wahres Fest hier dabei zu sein. Tschüss. Sehr geehrte Damen und Herren, wertes Publikum, liebe Hörende, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und Zeit. Ich hoffe sehr, euch hat gefallen, was ihr gerade gehört habt. Wir, die Redaktion des Tele-Stammtisch, betreiben ein semi-professionelles Podcast-Projekt zum Selbstmitmachen. Also meldet euch bei uns, wir beißen auf. Außerdem freuen wir uns immer über Feedback via Social Media und E-Mail sowie euren finanziellen Support. Ebenso froh locken wir förmliche Bewertungen auf den gängigen Podcast-Plattformen. Wer möchte, darf uns gern immer und überall empfehlen. Alle relevanten Links findet ihr in den Show Notes. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Euer Andi.